Willkommen bei HookedFM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die Netflix-Show zu Cuphead, ein Update zum Horrorspiel Devotion, unsere Eindrücke zu spielen wie Dragon Quest Builders 2, Man of Medan und The Sinking City und am Ende gibt's natürlich noch Robins famoses Formel-1-Fest. Das alles und mehr jetzt bei Folge 229 von HookedFM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge HookedFM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo! Wohlerholt, du strahlst für mich. Was ist eigentlich Warcraft 3? Habe ich noch nie von gehört von dem Spiel. Mir geht's so gut, ich habe mich so erholt, ich weiß, ich habe mir so ein paar Mal auf den Kopf schlagen lassen, ich weiß nicht mehr, wer du bist oder was Hooked ist. Ach naja, aber schön, dass du dann trotzdem den Weg hierher gefunden hast, um mit mir über die Spiele-News der letzten Woche und deine Spiele-Eindrücke zu reden. Ich hoffe, an die erinnerst du dich auch. Ja, ich freue mich auf dieses neue Abenteuer für mich. Eine eigene Firma ist spannend. Wollen wir kurz nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, was ich da meine. Ich habe es leider vergessen, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, mich daran zu erinnern. Oh, da ist es wieder. Wir haben letzte Woche ein Format ausprobiert, wo wir Warcraft 3 gegeneinander gespielt haben. Getting Good haben wir es genannt. Denn, dass wir Warcraft 3 spielen, ist nur der erste Teil. Wir haben nämlich am Anfang gar keine Ahnung von Warcraft 3. Wir haben das vor einem Jahrzehnt oder so mal aktiv gespielt und hatten da viel Freude dran. Aber wir wurden dann plötzlich alt und greisig und haben alles vergessen und haben dann eine halbe Panikattacke bekommen beim ersten Match, das wir gegeneinander gespielt haben. Das war schon sehr, sehr spannend und spaßig. Also für euch. Für uns war das vor allen Dingen stressig. Aber dann haben wir eine Woche uns Zeit gelassen. In dieser Woche viel trainiert, damit wir keine Fehler machen oder es sonst wie irgendwie schlecht werden könnte. Und haben dann nach dieser Woche noch einmal gegeneinander gespielt, um dann zu gucken, okay, wurden wir besser? Wie sehr wurden wir besser? Merkt man jetzt beim Zugucken, dass wir besser wurden. Und ändert sich das Ergebnis vielleicht des ersten Matches. Das erste Match, das könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal völlig frei, kann jeder sich angucken. Wie gesagt, Robin vs. Tom in Warcraft 3 heißt es, glaube ich, Getting Good. Und den zweiten Teil, der ist dann dort verlinkt, den gibt es exklusiv für Patreon und Steady-Supporter, die uns ab 5 Euro oder 5 Dollar im Monat supporten. Und das hat viel Freude gemacht. Wir hätten beide große Lust, das irgendwann nochmal wieder zu wiederholen, ohne da jetzt Versprechungen zu machen. Man merkt, glaube ich, dass wir Spaß daran hatten. Und wenn ihr auch Spaß daran hattet, dann lasst doch mal einen Kommentar und ein Like und subscribt dann auch, Leute. Oh Gott, diese Standard-YouTuber-Verabschiedung. Ach so, auf die Bell, auf die Kugel, nee, nicht Kugel. Die Glocke. Die Glocke. Die Glocke klicken. Klickt auf die Kugel und klickt auf die Kugel und drückt den Love-Button. Genau. So. Und swipet uns rechts bei Tinder. Nee, links? Warte. Links. Links, wieder rechts. Oh Gott. Sehr gutes Marketing, was wir hier gerade betreiben. Wir fangen an mit den News der letzten Woche, beginnend mit einer Netflix-Serie, die demnächst erscheinen soll. Also demnächst ist noch ein sehr dehnbarer Begriff, weil es hat noch kein Datum, so wie ich das gesehen habe. Und zwar erscheint The Cuphead Show auf Netflix. Also eine animierte Netflix-Serie zu Cuphead, dem Spiel, falls ihr es vergessen habt, dem 2D-Platformer slash Run'n'Gun slash Boss Rush Spiel, das sehr so auf Max Fleischer Cartoon-Ästhetik gesetzt hat. Also ein bisschen diese frühe Disney-Optik. Und das sehr, sehr beliebt war, das ich mag, das du, glaube ich, auch magst. Ja, ja. Und das jetzt halt quasi zu dem werden soll, von dem es inspiriert wurde, nämlich ein Cartoon. Ja. Bei Netflix ist ja das Besondere, wenn die was ankündigen, dann kommt es auch raus, zumindest bisher. Das ist ja normalerweise im Film- und Fernsehbusiness nicht so zuverlässig. Ja, und bis vor ein paar Jahren war es auch einfach noch gang und gäbe, dass du so Sachen hattest wie, oh, hier wird Serie XY angekündigt oder Film. Ja, genau, bei Spielen meine ich auch. Oder Film XY und da kam dann einfach nie wieder was. Genau, weil, da haben wir schon drüber geredet, wenn halt einer eine Idee hat und anfängt, da irgendwie ein Drehbuch zuzuschreiben, dann wird das im Film-Business meistens schon angekündigt oder liegt irgendwie, während das im Videospiel-Business erst sehr viel später ist, wenn es schon fortgeschrittener ist, normalerweise zumindest. Ja, finde ich interessant, aber ich weiß ja nicht, ob ich es mehr als das finde, weil diese alten Cartoons habe ich mir auch nie angeguckt. Und was kann jetzt, also Carbett ist dann ja eigentlich genau das, halt diese alten Cartoons in jetzt produziert. Ja, ja, cool. Cool für andere bestimmt. Ja, ich frage mich so ein bisschen, was für eine Show draus wird. Sie bezeichnen es selbst als Character-Driven-Comedy, weil halt Carbett und Muckett, nee, wie heißt der andere? Muckett? Einer heißt irgendwas mit Muckett, aber ich glaube nicht. Muckett? Carbett und Buckett. Buckett. Das sage ich jetzt gut. Nee, weiß ich nicht. Also, dass es halt um die zwei gehen soll, die charakterlich unterschiedlich sein sollen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es sowas wird wie die alten Cartoons, also wirklich etwas, das auch zu teilen ohne Sprache funktioniert. Und so funktioniert ja auch Carbett teilweise, obwohl es natürlich auch die Cutscenes hat, die ganz normalen. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, es wird schon ein moderner Cartoon, nur halt mit der alten Optik. Wo sie mich kriegen würden, wäre es, wenn es so Bojack Horseman-like ist, dass es halt übelst dark ist und sich darum dreht, dass diese Figuren irgendwie übelst traurig und depressiv sind, weil deren Stil und deren Welt einfach nicht mehr genutzt wird und sie irgendwie so verzweifelt versuchen, wieder ins Showbiz reinzukommen, so wie auch bei Bojack. Also eigentlich soll es einfach nur Bojack Horseman sein in einem anderen Zeichenstil. Ich glaube, so unwahrscheinlich, dass es auch ein bisschen finsterer wird, ist es gar nicht, weil in den Spielen selbst hast du zwar auch diese helle Optik, aber trotzdem geht es ja dann am Ende gegen den Teufel und so deren Fehler, die sie so begangen haben, weil sie machen ja einen Deal mit dem Teufel. Also wer weiß, was das für eine Richtung einschlägt. Auf jeden Fall fände ich das am interessantesten, als jetzt straight up zu sagen. Dann würde ich es wahrscheinlich mehr angucken. Ja, genau. Es sind auch die Entwickler des Spiels, Chad und Jared Moldenhauer, mitbeteiligt an dieser Serie und ein paar, ich glaube, entweder noch oder alte Disney-Produzenten arbeiten daran mit. Aber es gibt halt noch nicht so wahnsinnig viele Details und es gibt auch noch kein Datum. Ja, ich glaube, da können wir uns dann darauf freuen, wenn, dann ist dann Witcher wahrscheinlich fertig gelaufen und dann kann man sich auch kaputt freuen. Genau, da gab es jetzt auch wieder neue Bilder zu The Witcher. Ja, ich bin nicht, ich bin nicht überzeugt, muss ich gestehen. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich finde auch nicht so schlimm, aber ich finde David, nee, wie heißt er, Henry Cavill, ist fundamental miscasted. Das kann sein. Das muss ich in Aktion sehen, um das gut teilen zu können. Genau, also ich meine jetzt gar nicht Schauspieler, sondern ich meine nur vom Typ her. Optisch. Ich habe irgendwie beim Witcher nie das Gefühl gehabt, der ist ein riesiger Buff-Dude, sondern eher lean und schnell und, äh, Wortgewand, wenn der Wortgewand ist nicht, aber so lean und schnell und halt ausdauernd ist das Wort, was ich glaube ich suchte. Okay. Und Henry Cavill wirkt für mich eher wie so ein, wie so ein, wie so ein Bär. Ähm, und das finde ich wirkt ein bisschen seltsam. Und ich sehe halt vor allem nur Henry Cavill dabei. Also ich, für mich sieht das ganze aus wie Henry Cavill mit einer Perücke. Ich hatte gerne einen neuen, einen Darsteller gesehen, den ich noch nicht so gut kenne, wie das auch bei, äh, wie heißen die anderen, die man da schon gesehen hat. Jennifer und, äh. Ich meine, die kennst du halt nicht so gut. Siri. Wie du merkst. Äh, bei Cuphead noch, äh, zuletzt einmal die Zusatzinfo. Delicious Last Course ist ja der DLC, der gerade sich in der Entwicklung befindet, wurde erst vor kurzem auf 2020 verschoben. Ja. Äh, dauert also auch da noch ein bisschen. Ich habe mir mal parallel mit aufgeschrieben, weil diese News diese Woche auch kam. Und ich glaube, wir es noch gar nicht erwähnt haben, dass ja ein Mortal Kombat Reboot ins Kino kommen soll, geschrieben von Greg Rousseau. Und dass jetzt der bestätigt hat. Dem Avengers Rousseau? Nee. Okay. Äh, der hier hatte, ich glaube mal was mit Saints Row am Hut und macht noch irgendein anderes Film. Okay. Äh, Spiele. Soll ich mal nachschauen? Dings, kannst du mal machen. Äh, Greg Rousseau. Der hat über Twitter bestätigt, dass dieser Mortal Kombat Film ein R-Rating bekommen wird und dass es Fatalities darin geben wird. Der soll im März 2021 erscheinen. Und das war halt bei den vorherigen Mortal Kombat's so in der Form nicht der Fall. Bis auf die Serie halt, ne? Die dann auch ein bisschen Unterstützung bekommen hat. Es gab vor fünf Jahren so eine, ähm ... Hatte die auch Fatalities und sowas? Also die war auf jeden Fall brutal, ja. Weil die halt nicht offiziell so war zuerst, sondern so ein bisschen ... Die war auf jeden Fall brutal. Ich habe irgendwie im Kopf, dass Greg Rousseau ein Pirates of the Caribbean Dude ist. Äh, ich glaube nicht. Ich vertue mich wahrscheinlich. Ich checke das aus. Du kannst mal checken. Soll ich schon weitermachen, oder ... Ich hab's schon hier. Also ... Ja, tatsächlich. Der hat nix wirklich gemacht. Oh! Anscheinend schreibt der an dem nächsten Resident Evil Film mit. Genau, stimmt. Das war das andere Film, äh, Spiele-Film-Ding. Das ist ja schon aufregend. Das ist aufregend, ne? Und anscheinend spielt einer Chris Redfield. Also, okay. Gut, das wissen wir jetzt auch. Einer spielt Chris Redfield. Also es gibt Chris Redfield. Das ist ja schon mal gespielt von Mila Jovovich. Und ... Why not? Äh, wir machen weiter mit einer Hardware-Ankündigung von Nintendo. Denn, äh, kurz nach unserem letzten Podcast hat Nintendo die Nintendo Switch Lite enthüllt, nachdem es schon über ein Jahr lang Gerüchte über so eine Art von Konsole gab. Und das ist jetzt wirklich eine Handheld-only-Konsole. Also es ist nur für unterwegs. Man kann nicht mehr den namensgebenden Switch vollführen. Das heißt, es gibt keine Dockingstation, in die man sie reinpacken kann. Man kann dieses Gerät nicht am Fernseher spielen. Und man kann auch nicht die Joy-Cons abnehmen. Das ist alles ein festes Gerät. Und ich meine, viele Leute haben so gesagt, das ist quasi eine Vita. Hm. Eine neue. Und so müsst ihr es euch im Wesentlichen vorstellen. Ich finde den Vergleich gar nicht so hoch und passend. Ja, absolut. Weil sie auch den Bildschirm ein bisschen kleiner machen als den von der Original-Switch. Und dafür kostet es jetzt halt ... Nicht so viel, ne? Muss man dazu sagen, dass es jetzt ... Ohne den Vergleich hätte ich das jetzt nicht bemerkt. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch die genaue Größe nicht mehr aufgeschrieben. Aber es wird halt ein bisschen kleiner und ein bisschen kompakter. Und Batterie soll auch ein bisschen länger gehen. Also der Akku, drei bis sieben Stunden geben sie an. Der Original wird angegeben mit zweieinhalb bis sechseinhalb Stunden. Ist aber noch in einem sehr ähnlichen Bereich. Und es wird halt 100 Dollar beziehungsweise Euro weniger kosten. Wobei ich jetzt gar nicht 100 Prozent weiß, ob das eins zu eins sich im Euro-Preis niederschlägt. Aber normalerweise ist das so, ja. Aber es werden halt andere Sachen auch nicht mehr unterstützt. Es wird kein HD-Rumble geben. Das hat dieses Gerät einfach nicht mehr. Labo-Support geht halt teilweise auch nicht mehr, logischerweise. Weil man da oft Joy-Cons in die Labos reinsliden muss. Oder auch die VR-Brille zum Beispiel. Für die ist es jetzt halt zu klein. Das geht auch nicht mehr. Hat das denn überhaupt Gyro? Ich glaube, Gyro hat es. Ich bin der Meinung, das hat es nach wie vor. Und ja, das ist so ein bisschen das Ding. Es hat auch ein neues Steuerkreuz. Das ist das eine, was besser ist als vorher. Genau, links am Joy-Con. Also da, wo der linke Joy-Con wäre, ist ja jetzt ein festes Gerät. Gibt es jetzt nicht mehr vier Buttons, sondern das ist wirklich ein Steuerkreuz. Und das ist das eine, genau, wo Leute sagen, oh, dieses Steuerkreuz hätte ich gerne auch bei den normalen Joy-Cons als Option. Aber es ist halt wirklich jetzt ein Gerät für Leute, die sich eine Switch vielleicht holen wollen, die den TV-Modus nicht brauchen, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen und für die eine Handheld-Konsole reicht. Für mich persönlich ist es irrelevant. Ich zitiere mal gerade The Verge, dass die Switch Lite WiFi hat, Bluetooth, NFC und Gyro. Ja. Hat die Switch auch Bluetooth? Ich dachte, die hätte keinen Bluetooth. Weil ich habe jetzt erst ... Also, naja, weil sie Bluetooth hat, heißt es ja nicht, dass du auch alles mit Bluetooth anschließt. Nee, dann habe ich ja einfach die Bluetooth-Option nicht gefunden bei der Switch. Muss ich nochmal genauer nachgucken. Ja, es ist dieses ... Also, das ist ein ... Also, ich bleibe dann noch etwas überrascht von der Switch Lite, denn es ist eigentlich nicht das, was normalerweise an diesem Punkt in der Lebenszeit an der Konsole kommt, sondern das ist eigentlich die Konsole, die ganz am Ende der Lebenszeit kommt. Wenn, ne, das ist dann die letzte Version vom 3DS, das ist die letzte Version von der Wii, wo dann alles sehr zurückgefahren wird und man das so auf den günstigsten Preis drückt, um die noch mitzunehmen, die bisher diese Konsolen nicht haben. Es ist nicht wirklich, was ich mir erwartet habe, nämlich einfach eine alternative Version, die genauso gut oder sogar besser ist, die vielleicht sogar ein paar Verbesserungen hat, im Bildschirm, in den Analogsticks, was auch immer, und einfach kleiner ist, sondern das ist halt wirklich die Budget-Variante. Das ist die Variante, die du kaufst, wenn du nicht so viel Geld hast, dir die andere Switch zu holen, weil es ist halt eine objektiv schlechtere von den Features, die es hat. Und sie kann halt genau das, was die andere Switch auch kann, nur halt weniger als die andere Switch. Und sie kann jetzt nichts, was die andere Switch nicht kann, weil ich finde jetzt nicht, dass sie groß kompakter ist oder so. Also, es wirkt jetzt nicht so, wie die Switch, die würde ich gerne kaufen, aber die ist mir einfach zu klobig. Das ist eher das Gegenteil der Fall, weil jetzt kannst du die Kontrolle nicht mehr machen. Vorher konntest du die Switch auseinanderbauen und so quasi noch kleiner, kompakter machen. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, aber trotzdem ist sie ja kompakter und ist ja für den mobilen Markt gemacht. Und ich finde, der Vergleich passt nur so halb eben, weil die Switch so eine eigenartige Konsole ist, die sowohl als Docked-Heimkonsole funktioniert, als auch als Handheld. Und man nimmt jetzt halt den Docked-Modus raus und sagt, okay, das ist jetzt die Handheld-Variante. Und die Gerüchte waren ja zum einen, dass es sowas gibt und zum anderen aber auch, dass es eine Art Pro-Switch gibt oder Switch Plus oder sowas. Und von der haben wir bisher noch nichts gehört. Es wurde jetzt nebenbei, kam raus, dass Nintendo bei der FCC, ich hatte mir auch aufgeschrieben, wofür das steht, Federal Communications Commission in Amerika, eine Revision ihres normalen Switch-Modells eingereicht haben, was sie machen, um nicht nochmal durch den kompletten Approval-Prozess gehen zu müssen, weil sie nur Kleinigkeiten ändern und einen neuen Prozessor und, ich glaube, einen neuen Flash-Speicher einbauen wollen. Aber das wird halt nicht groß angekündigt. Das ist einfach das normale Switch-Modell. Das ist keine Switch Pro oder so. Die bekommt einfach neue Teile. Entweder, weil wirklich so ein bisschen irgendwie Ladezeiten reduziert werden können oder sowas. Aber das wird es nicht groß geben wahrscheinlich, sondern wird wahrscheinlich nur passieren, weil jetzt irgendwie Teile günstiger geworden sind oder irgendwelche Produktionsrealitäten sich damit decken. Ansonsten ist eine Switch Pro nach wie vor eine Möglichkeit, aber momentan wissen wir halt nichts darüber. Genau, wäre halt das, was mich freuen würde. Das wäre auch eher das, was mich interessieren würde, weil wenn jetzt es heißen würde, okay, wir haben hier ein Switch Pro-Modell, die normale Switch gibt es weiterhin, hier zahlst du irgendwie 50 Euro mehr für oder sowas und dafür hat die dann halt einen besseren Grafikchip und kann ein bisschen mehr und vielleicht auch sowas wie bei der PS4, so ein Boost-Mode, der alte Spiele auch besser laufen lässt. Weil es gibt diverse Titel, die auf der Switch nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen könnten oder sollten vielleicht sogar. Und da wäre ich auch interessiert dran. Die Switch Lite ist jetzt sowas, ich kann mir vorstellen, dass das definitiv einen Markt haben wird. Ja, sicherlich. Ich selbst bin jetzt einfach nicht die Zielgruppe von dem Ding. Also niemand, der eine Switch hat, ist die Zielgruppe von dem Ding, weil es halt kein, also du hast nichts davon, diese Konsole zu kaufen, wenn du die andere Konsole hast. Es gibt sicherlich ein, zwei Leute, die dann sagen, ja doch. Um alles zu haben, ja. Aber du hast ja keinen Vorteil dadurch, dass du sie kaufst. Also was ist der Vorteil? Nee, nicht wirklich. Also es sei denn, du realisierst irgendwie, okay, ich nutze halt meine Switch nur mobil. Aber was ist dann der Vorteil? Und ich nehme sie dann, weil sie ein bisschen kleiner ist. Oder weil du sie hübsch findest. Ja, das ist das eine. Oder du sie hübscher finden, ist womöglich. Aber auch dafür sieht sie halt sehr ähnlich aus. Deswegen sehe ich das auch nicht so ganz. Sie kommt an einen sehr anderen Farben, ne? Das stimmt, das stimmt, ja. Und dann gibt es diese Pokémon-Version, die schon angekündigt wurde. Also unternehmerisch ergibt es total Sinn. Völlig uninteressant allerdings für mich. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass es nur eine Budget-Variante der Switch ist und nicht eine cool. Also es ist halt nicht diese mobile Switch, die ich mir erwartet hätte, sondern es ist halt einfach die Switch-Nummer in B. Was wäre denn die mobile Switch? Also deutlich kleiner vielleicht. Aber ich glaube, dann kommst du in Probleme mit Erkennbarkeit. Weil dann musst du extra die Spiele entwickeln auf einen kleineren Bildschirm. Ja, das haben sie bis ... Ich würde behaupten, dass das bisher auch kein Problem war bei Spielen, die nicht für den kleinen Bildschirm gemacht werden. Ja, aber das würde das Problem ja nur noch verstärken. Sure, sure. Aber das existiert, würde ich sagen, sowieso schon. Ich glaube halt einfach, dass das jetzt so ein Mittel ... Also so ein nix Halbes und nix Ganzes ist so wirklich ... Ich weiß auch nicht, ob das kleine ... Also es ist halt, wenn es ein richtiges ... Das ist jetzt unsere richtige Handheld-Konsole. Dafür ist die halt immer noch viel zu groß und klobig. Weil die ist keine Vita. Die Vita war für mich da perfekt. Die Switch ist halt immer noch ... Für mich super, klar. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein Elternteil bist, der eine kleine Konsole haben willst mit ihm, dann machen diese drei Zentimeter in der Höhe und vier in der Breite keinen Unterschied in der Wahrnehmung, würde ich behaupten. Also ich finde, es wird dadurch eine mobilere Konsole, weil man ja sowieso auch Tablets und seine inzwischen immer größer werdenden Smartphones mit sich rumträgt. Aber wieso ist das dann mehr eine mobile Konsole als die Switch? Das verstehe ich nicht. Nee, ich sage, also ... Naja, mehr dadurch, dass sie halt ein bisschen kleiner ist, aber ansonsten halt nur eine Alternative in dem Sinne, dass du weniger zahlst und sagst, okay, ich verzichte jetzt auf den Dock-Modus, weil ich ihn nicht brauche. Genau, und das ist völlig legitim. Und du zerkratzt deinen Bildschirm auch nicht, weil du ihn in den Dock-Modus einschließt. Ja, genau. Was natürlich auch gut ist. Zerkratzt ihn nur, weil du sie ohne Tasche in deinem Ball hast. Ich bewege meine Switch nie ohne diese Polstertasche, aber das ist so zerkratzt einfach durch das Dock. Bei mir gar nicht. Ja, ich habe einfach so einen Dock irgendwie, der das gerne macht. Amazon Game Studios, lass uns zum nächsten Thema kommen. Müssen wir über Amazon Game Studios reden? Ja, ja. Na gut. Wird übrigens gerade gestreikt während Prime Day. Zurecht. Solidarität mit den Arbeitern. Amazon Game Studios arbeiten an einem Herr-der-Ringe-Spiel, das kam jetzt heraus, nämlich an einem Herr-der-Ringe-Online-Spiel, das nicht mit der TV-Serie verbunden sein soll, die ja auch kommt von Herr-der-Ringe, sondern aber trotzdem ebenso vor den Buchereignissen spielt. Und das ist, glaube ich, auch schon alles, was man darüber weiß momentan. Es soll halt ein Online, also wirklich ein MMO werden. Und es wurde wohl vorher schon mal von Adlon Games beziehungsweise LayU angekündigt. Und die kannte ich vorher gar nicht vom Namen her. Aber LayU ist tatsächlich die Oberfirma von Digital Extremes zum Beispiel, die Warframe machen. Also die haben Online-Spielerfahrung im Publishing-Bereich. Und Amazon Game Studios wollen halt dieses Herr-der-Ringe-Spiel jetzt entwickeln. Ich habe negativ Vertrauen, dass dieses Spiel a existieren wird und b in irgendeiner Art und Weise interessant wird. Weil Amazon Game Studios sind einfach das größte Desaster, das ich mir in den letzten Jahren im Vergleich zu den Erwartungen und den Möglichkeiten vorstellen kann. Da arbeitet keiner dieser großen Akquisen mehr. Die haben nichts auf Reihe bekommen bisher. Ganz neulich. Leute entlassen während der E3. Genau. Ja, richtig, stimmt. Und wenn ich da MMO lese, dann denke ich mir, ah, die wollen, dass wir denken, dass das so was wie Herr-der-Ringe-Online ist, aber das wird eigentlich wieder Rust oder so. Weil das ist ja auch quasi ein MMO. Crafting. Ja, ich garantiere es dir. Ich crafte meinen Ring. Ja, das ist so ein Missverstehen des Grundmaterials, so wie Fallout 76, so auf diesem Level. Jeder hat einen Ring. Genau, und dann kannst du einmal die Fantasy-Atombombe mit dem Ring beschwören. Aber sowas erwarte ich mir da. Ich habe keinerlei Hoffnungen dafür. Ja, also bei mir sieht es jetzt auch nicht so viel optimistisch aus, einfach basierend darauf, dass ich von Amazon Game Studios noch gar nichts gesehen habe, was irgendwie mich optimistisch sein lassen könnte. Und gerade in jüngerer Vergangenheit dann so Sachen zu hören, wie das mit den Entlassungen und so, das lässt mich dann da eher skeptisch zurück. Auch wenn ich mir an und für sich als jemand, der Herr-der-Ringe sehr, sehr mag, wünschen würde, dass es wieder gute Herr-der-Ringe-Spiele gibt. Und die gab es halt schon sehr lange nicht mehr. Wir hatten mal eine Hochzeit, wo wirklich mehrere davon kamen, als die Filme gerade aktuell waren. Da haben EA wirklich gute Spiele mit dieser Lizenz gemacht. Und zuletzt gab es halt die Shadow of Mordor-Spiele, wo aber auch der zweite nicht so beliebt ist wie der erste. Was auch fast nicht mehr Herr-der-Ringe wirklich ist. Genau. Ist eher Fanfiction. Genau. So wie auch Krieg im Norden, aber das war auch gut. Das hat auch Spaß gemacht. Krieg im Norden hat Spaß gemacht, genau. Ja, okay, machen wir mal direkt weiter mit ein paar VR-News und Splinter Cell-News, Robin. Ey! Tatsächlich? Also, hmm. Ja. Facebook wollen Oculus-VR-Spiele machen und das jetzt ein bisschen größerer Form und haben dazu laut Berichten von The Information bereits abgeschlossene Deals mit Ubisoft getätigt, nach denen sie Assassin's Creed und Splinter Cell VR-Titel entwickeln wollen, halt exklusiv für Oculus VR. Ja. Also, erst mal wie immer, scheiß auf Facebook. Wir leben in einer Höllengesellschaft, die kontrolliert wird von schlimmen Firmen. So haben wir erst mal gesagt. Aber B, cool. Ihr wisst, ich bin ... Das ist quasi auch jede Diskussion über jeden Disney-Film. Ja, ja, genau. Was können wir tun? Wir leben halt in dieser Gesellschaft. Alles ist traurig. Ich bin großer VR-Freund, das hat sich vielleicht rumgesprochen in manchen Kreisen. Und ich sehe jetzt nicht sofort, wie ein Splinter Cell VR-Spiel aussähe oder ein Assassin's Creed-Spiel. Das sind ja die beiden Titel, die da konkret genannt wurden. Ähm, aber ich hab da Bock drauf. Also, du kannst ja ... Weil, das ist ja die Sache, du musst jetzt ja nicht unbedingt die VR-Experience daraus machen. Du könntest auch ein Splinter Cell-Spiel machen, das einfach in VR spielt. Äh, in VR abläuft. So in Third Person oder was? Du könntest so in Third Person machen. Du könntest auch so eine Moss-Perspektive oder Astro-Bot-Perspektive daraus machen, dass du irgendwie von oben guckst. Ja, vielleicht, also, in dem Sinne könntest du so ein bisschen Arcadiger vielleicht machen, weißt du? Ja. Dass du da auf diesem Weg diesen Leuten ausweichen musst und dann so ein Diorama vor dir siehst. Vielleicht ist es dann so ein Mix aus sowas wie Hitman Go und Splinter Cell fast schon, weißt du? Hitman Go, aber nicht mit Figuren, weißt du was das ist? Ich weiß schon, was du meinst, aber würdest du dich dann da auch so drüber freuen? Ja, also natürlich nicht wie auf einen Mainline Splinter Cell, aber sure, why not so? Aber ich stelle mir gerade eine Ego-Perspektive VR Splinter Cell vor. Ja, das stelle ich mir ziemlich scheiße vor. Echt? Weil Stealth aus der Ego-Perspektive ist, glaube ich, kann sehr frustrierend sein. Naja, so Escape from Butcher Bay mäßig oder so? Ja, genau, es kann halt funktionieren, aber es kann auch, also Escape from Butcher Bay ist halt auch sehr freigiebig in seinen Stealth. Thief habe ich selbst nie gespielt. Und bei einem Spiel, also Escape from Butcher Bay ist jetzt ja kein Stealth-Game per se, sondern hat ja Stealth-Elemente. Und bei Spindercel geht es einfach nur um Stealth. Wer erinnert, es gibt ja Thief, das habe ich selbst nie gespielt, da hat es ja auch funktioniert. Und Dishonored hat ja auch Stealth. Stimmt, Dishonored ist ja auch ein. Also ich finde, es geht schon. Genau, es geht schon. Und ich stelle es mir halt einfach witzig vor, wenn du so Gesten einbauen könntest, dass du, wenn du irgendwie zwei diese Oculus-Hand-Controller hast, und du musst dann halt an deinen Helm quasi ran, um dann dieses Geräusch zu machen, um die Nachtsicht zu aktivieren. Und dann kommt, da kommt glaube ich schon gutes Splinter-Self-Feeling bei auf. Aber was halt vielleicht so ein bisschen schwierig wird dann, ist die Akrobatik teilweise umzusetzen, wenn du dann zwischen zwei Wänden klemmst im Spagat oder so. Genau, das habe ich mir jetzt auch so etwas gedacht. Gerade wenn man das dann mit Teleport-Bewegungen auch kombinieren muss, auch zumindest optional. Ja, da haben sie eine interessante Aufgabe vor sich auf jeden Fall. Bei Assassin's Creed ist es viel einfacher. Also du kannst einfach, ich habe jetzt schon mal in Assassin's Creed reingeguckt mit Warp-Ex, worüber ich mal erzählt habe, mit VR. Das ist einfach super cool. Macht einfach ein Third-Person, macht einfach ein normales Assassin's Creed, steckt das in VR und ich bin zufrieden. Das werden sie nicht machen, weil sie wollen natürlich einen Dreh haben. Genau, sie wollen halt irgendeinen Twist. Es muss halt irgendwas sein, wo du sagst, oh, in VR. Ja, cool. Finde ich immer noch, also wir sind immer noch da. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde auch, man, normale Spiele könnten einfach, wenn ich das nächste Assassin's Creed einfach ein VR-Modus hätte, wäre ich voll bei. Aber da ja anscheinend Yves Jolmer so eine Familienfäde mit mir persönlich hegt, weiß ich auch nicht wieso, aber mich hasst und mir deswegen kein Splinter Cell mehr geben möchte, dann nehme ich halt das von tiefstes Seufzen, Mark Zuckerberg. Goddammit. Ja, aber nimmst du immer noch lieber als Tom Clancy's Elite Four Squad. Elite Squad hieß es, glaube ich. Ach. Wir haben ein Update zu einem Thema, über das wir vor Monaten schon mal geredet haben, nämlich Devotion. Erinnert ihr euch noch? Devotion ist das Horrorspiel, das taiwanesische, das es nicht mehr gibt. Das hat auch seine Gründe, denn vor vier Monaten in etwa kam das Spiel raus und wurde dann nach kurzer Zeit wieder aus dem Handel genommen. Unter anderem, weil es ja so ein Talisman-Dekorationsgegenstände im Spiel gab, auf denen der Schriftzug zu sehen war, der den chinesischen Präsidenten mit Winnie Pooh verglich. Und das ist schon ein bisschen zu einem Meme geworden. Und als Moron bezeichnet er noch. Das mag der überhaupt nicht. Ja, und auch weitere Sachen, die da mit ins Spiel rein interpretiert wurden. Das wurde gereviewbombed von chinesischen Spielern wie sonst nichts. Auf Steam wurde runtergenommen und tatsächlich korrigiert, also dass dieser Gegenstand raus ist aus dem Spiel, diese Referenz raus ist. Hat aber nicht so viel gebracht, wurde dann trotzdem wieder weggenommen. Und sie haben halt gesagt, das war nur eine Platzhaltergrafik, das war nicht die Absicht, so da jemanden zu beleidigen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, war dann aber trotzdem raus aus dem Spiel. Die Publisher-Beziehungen wurden gebrochen mit ihrem Publisher Indievent und Winking Skywalker. In China wurde der Hashtag Devotion geblockt und solche Späße. Und erst jetzt im Juli 2019 wurden dem Publisher Indievent die Geschäftslizenz entzogen. Es wurde als Grund angegeben, dass gegen geltendes Recht verstoßen wurde, aber jetzt nicht spezifischer. Aber es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass sie was mit Devotion zu tun hatten. Jetzt gab es ein neues Statement von Red Candle Games, den eigentlichen Entwicklern von Devotion, in denen sie sich erneut entschuldigen für die ganze Nummer, auch für den Schaden, der ihren Partnern da angerichtet wurde. Sie sagen, dass es in naher Zukunft keinen Re-Release von Devotion geben wird, dass das nicht geplant ist. Sie betonen nochmal, dass die Kern-Message des Spiels die Tragödie einer Familie war, die von einem fanatischen religiösen Kult geschädigt wurde. Der Kult heißt China, nicht China. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Und das möchte ich mal vorlesen, weil ich finde, das ist so eigenartig formuliert. Ja, man merkt, dass auch Englisch offensichtlich nicht die erste Sprache ist. Ja, ich glaube, es ist sehr viel so Redearten, die dann vielleicht auch in Taiwan gibt und die dann in Englisch übersetzt werden. Ja, das weiß ich nicht. Ja, es ist sehr schade. Also es ist natürlich, worauf sie sich darauf beziehen, ist, dass sie halt sagen, wie du gerade vorgelesen hast, unser Spiel hat keinerlei anti-chinesische Botschaften oder in sonstiger Art und Weise politische Botschaften. Die auch über, also das war noch das Ding, chinesische Spieler haben über diese Grafik im Spiel hinaus das rein interpretiert. Also ich glaube nicht nur chinesische Spieler, weil es nicht sehr, also ich habe es ja selbst nicht durchgespielt, aber ich habe es ja auch belesen und ich werde es unbedingt noch durchspielen, weil ich auch nicht für, sondern nicht unwahrscheinlich halte, dass es irgendwann aus den Bibliotheken gelöscht wird, so wie das gerade irgendwie vonstatten geht. Vorher will ich das selbst nochmal spielen, aber wenn du dir auch anguckst, was sie vorher gemacht haben mit Detention, das ist ein Spiel, was ebenfalls sich extrem krass mit der Historie von Taiwan beschäftigt und sehr, sehr politisch ist. Und ich glaube auch die Parallelen in der Geschichte von Devotion sind jetzt nicht unbedingt aus den Haaren gezogen. Also unabhängig davon, ob sie das jetzt komplett so in ihrer Intention hatten, also ich würde es für unwahrscheinlich halten, auch mit dem Spiel, was sie vorher gemacht haben, dass da keinerlei Gedanken waren, dass das eben eine Metapher darstellt. Ich kann aber komplett verstehen, dass sie jetzt natürlich sagen müssen auch, nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hat nichts damit zu tun, weil sie ja offensichtlich unter unglaublichem Druck stehen. Also es muss ja einen Grund dafür geben, dass das Spiel immer noch nicht releast wurde, dass sie immer noch kein Geld damit wieder machen, außer halt, dass sie einfach sagen, oh, das tut uns ein bisschen leid. Und da wird wirklich krasser Druck auf sie auch ausgeübt werden sicherlich, weil, ja, sie sind dann halt in Taiwan, aber ich glaube auch in Taiwan bist du da nicht einfach komplett sicher vor dem chinesischen Staatsapparat, oder es ist ja hinlänglich bekannt, dass du auch da nicht komplett sicher davor bist. Wobei zumindest, also ich habe es nicht mehr genau im Kopf und ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, aber ich habe gelesen, dass es in Taiwan Politiker gab, vielleicht sogar auch Präsident oder sowas, die sich positiv geäußert haben, gegenüber Red Cannon. Genau, das ist ja das Ding, Taiwan und China ist ja in einem riesigen Konflikt, weil China ja Taiwan nicht als unabhängiges Land anerkennt. Nur, dass da Taiwan selbst dann nicht sagt, ja, nee, hört mal auf. Ja, ja, genau. Also, die China kritischer ist, desto mehr geht es ja in die Richtung, in der ja auch das taiwanesische Regierung geht. Also, das ergibt dann für mich total Sinn, dass sie sagen, nee, nee, das unterstützen wir. Aber ich kann ja verstehen, dass eine kleine Firma, die einfach ein cooles Horrorspiel machen wollte, da komplett überfordert ist, weil ein diktatorisches Regime, eines der mächtigsten Regimes auf der Welt, das auf einen Kieker hat, dass du dann sagst, äh. Ja, und noch so ein Online-Mob dazu. Ja, ja, genau. Da würde ich jetzt überhaupt gar nicht urteilen wollen oder mich in die Lage versetzen wollen, das ist, glaube ich, unmöglich für uns, weil das irgendwie auch ein einmaliges Vorgehen ist. Es ist vielleicht nochmal ein gutes Anschauungsbeispiel, wenn wir hier im Westen irgendwie über Zensur schreien, weil irgendwelche 14-jährigen Anime-Ladies ihre Brüste nicht mehr zeigen auf Sony-Konsolen. Das ist nochmal so ein ganz gutes Gegenbeispiel, wie eine staatliche Zensur tatsächlich aussieht und welche Formen die annehmen kann. Es ist eine sehr, 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 sehr traurige Geschichte, weil von dem, was ich von dir gehört habe und auch im Internet gelesen habe, scheint Devotion ja wirklich ein sehr interessantes und cooles Horrorspiel zu sein. Ich werde es auf jeden Fall nochmal nachholen. Es bekommt halt gerade so ein bisschen, dadurch, dass es nicht mehr verfügbar ist, so ein bisschen einen Mythos um sich herum. Ja. Und wenn du jetzt so Leute über Devotion reden hörst, dann wird es auch gerne mal ein bisschen höher gehoben, als es vielleicht sollte als Spiel, also rein auf seine spielerischen Qualitäten bezogen. Aber ich kann es irgendwo verstehen, weil es halt nicht mehr verfügbar ist und momentan auch so ein Fragezeichen darüber schwebt, ob es überhaupt nochmal verfügbar sein wird. Ich bin mir sicher, es gibt es auf Torrent-Seiten und so, das gab es ja mal zu kaufen. Ja, also ich bin zumindest glücklich darüber. Man kommt sich ja irgendwie ran, aber trotzdem. Ja, genau. Also ich bin halt eigentlich erstmal glücklich darüber, dass es nicht verschwinden wird. So wie PT. Genau, es wird es im Internet herunterzuladen geben, falls es nie wieder verkauft wird und dass man spielen kann. Und das finde ich erstmal gut und wichtig, dass so ein Kunstwerk nicht einfach, ja, wegen einem dikatorischen Regime von der Bildfläche gezilgt wird auf der ganzen Welt. Ich freue mich einfach darauf, es bald mal selbst zu spielen. Alles klar. Dann war es das tatsächlich mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Wir möchten euch unseren Shop bei GetShirts.de empfehlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software Kreaturen gibt es da als Motive. Zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und Robin war in Hamburg auf einem kleinen Anspiel-Event und konnte Man of Medan spielen. Das neue, der neue Titel von den Machern von Until Dawn. Super Massive. Super Massive, genau. Und das ist wieder ein Horrortitel. Mhm. Wieder Teenager beziehungsweise junge Leute. Mhm. Dieses Mal als eines der Szenarien, es soll ja irgendwie dann mehrere geben. Nicht in diesem Spiel, nein. Ach nee, Man of Medan war es nicht, aber Man of Medan ist Teil einer Anthologie-Serie, genau. So um was. Aber hier geht es um ein gruseliges Geisterschiff und um Piraten, aber halt etwas modernere Piraten. Wie hat es dir denn gefallen? Was ist denn Man of Medan? Ja, also Man of Medan, also du hast es ja schon sehr gut umfasst. Es sind in diesem Fall halt wirklich junge Erwachsene, keine Teenager. Ich würde die so alle auf Anfang 20 mal schätzen. Es ist so ein Alter, in dem es auch mal um Hochzeit geht und Co. KG, also schon ein bisschen anders als in Until Dawn. Und wir haben die ersten so 70, 80 Minuten gespielt von dem Spiel. Und das Spiel wird auch nicht jetzt mega lang sein. Also das ist halt auch ein Budgettitel, das kostet glaube ich 40 Euro, wenn ich mir nicht irre. Das könnte auch dreist sein, ich glaube es kostet 40 Euro. Und sie planen im Zuge dieser Dark Pictures Anthologie-Serie, alle sechs Monate ein Spiel zu veröffentlichen. Sie haben jetzt gesagt, dass sie fünf Spiele in Entwicklung hätten, gerade aktuell, die alle einen anderen Game Director hätten, mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Szenarien und die einfach nur sich teilen. Ja, ist halt Horror. Und Man of Medan ist jetzt das erste dieser Reihe und ist nicht so spannend oder gut. gewesen, meiner Meinung nach. Oh well, 30 Euro übrigens. 30, okay, das ist ein echt guter Preis, weil es hat natürlich ungefähr die Produktionswerte, die auch in Until Dawn hat. Also es sieht für, also du bekommst glaube ich wenige 30 Euro Spiele, die so aussehen, ist so ein bisschen wie Hellblade damals. Das ging ja auch in diese Richtung. Es hat aber wirklich viele Kritikpunkte, die ich hätte. Also wir haben die ersten, wie gesagt, 80 Minuten ungefähr gespielt. Und für ein Spiel, was jetzt keine zehn Stunden lang sein soll, wie ich habe jetzt keine genaue Zeitangabe bekommen, deswegen würde ich da jetzt auch nicht mich genauer drauf versteifen. Aber ich habe halt gehört, dass es jetzt nicht mega lang sein soll und auch nicht so lang wie Until Dawn sein soll. Und für ein Spiel, was jetzt nicht die große Länge hat, dauert es wirklich unglaublich lang, wenn wir jetzt mal losgehen. Ich war nicht auf dem Schiff. Ich bin nicht bis zu dem Schiff gekommen. Ich habe mir Gameplay angesehen, wo Leute das gespielt haben und da ja auch viel von der Story mitbekommen. Und dann genau da, wo es quasi zum Schiff gehen würde, zu dem großen Geisterschiff, da war dann vorbei. Und so war es dann auch bei dir bei der Demo. Genau, da war die Demo vorbei. Der Multiplayer wurde dort anwielt. Da komme ich gleich mal drauf. Ich werde das mal so ein bisschen voneinander trennen, weil da, ja, das kann man in der Kritik und im Lob auch komplett voneinander trennen. Ich will nämlich erst mal beim Kernspiel bleiben, also bei der Präsentation und beim Writing, beim Dialogen und Co. Das ist alles wirklich nicht sehr gut. Und ich glaube nicht, dass es schlechter ist als in Until Dawn. Ich glaube vielmehr, dass das Genre, das sie sich jetzt ausgewählt haben, sehr viel weniger gut darin ist, vielleicht auch nicht so gutes Writing zu kaschieren. Denn in Until Dawn ist alles, was so cheesy geschrieben ist oder übertrieben, unrealistisch, lachhaft ist, füttert im Grunde nur in die Kernfantasie von Until Dawn hinein. Nämlich einen cheesy, vielleicht nicht so gut geschriebenen Teenie-Horrorfilm zu sehen, in dem die Charaktere sich dumm verhalten. Das heißt, immer wenn du einen Charakter hast, der irgendwie dumm reagiert, ist das eigentlich lustig für dich und verstärkt die Kernfantasie des Spiels. Das ist hier nicht der Fall. Man of Medan möchte nicht dieses komplett Lustige, wo man sich so ein bisschen darüber lustig macht, müsste jetzt nicht das repräsentieren. Sondern es will vielmehr ein wirkliches gruseliges Spiel sein, wo du dich auch ein bisschen um die Charaktere kümmerst. Und das hat es für mich gar nicht geschafft. Also wirklich gar nichts. Ich fand die Charaktere ganz schwer überhaupt nur zu fassen, denn sie haben keine rote Linie. Du kannst dich natürlich wie immer entscheiden. Du hast Entscheidungsvielfalt in deinen Dialogen, wo du A oder B wählen kannst. Du steuerst aber ständig unterschiedliche Figuren. Du wechselst ständig hin und her. Mal den, mal den, mal den. So, dass dann die Figuren, die du gerade gesteuert hast, wenig später entweder vom Computer oder, wie in unserem Fall, von einem anderen Spieler gesteuert werden. So, dass es keine rote Linie bei diesen Figuren gibt. Sie wechseln von, ich bin jetzt total bitchy drauf zu, ich bin jetzt mega freundlich. Und wenn ich nicht auswähle, dann sind die meistens einfach irgendwo in der Mitte. Dazu kommt dann eine Präsentation, die so ein bisschen all over the place war. Du hattest, also grafisch sieht es halt exakt so aus wie Until Dawn. Das heißt, du hast all die Stärken, aber auch all die Schwächen, dass halt die Charaktere alle so aussehen, als würden sie mit angezogener Oberlippe reden. Wo so ihr Oberkiefer, ihre obere Zahnreihe immer so ein bisschen zu präsent im Bild ist. Das ist mir schon in Until Dawn total aufgefallen, das ist auch hier total der Fall. Aber es ist auch aus filmischer Sicht nicht besonders gut. Also wenn ein Film so geschnitten und gedreht wäre wie Man of Medan, dann würde es eine Ungenügend bekommen. Bei einem Spiel fällt es nicht so sehr auf, weil die halt oftmals da nicht so gut sind. Aber das ist nochmal extra schlecht in meinem Augen gewesen. Es sind so kleine Sachen, die sich dann irgendwann summieren. Dass ein Charakter, ich weiß nicht, ob du das auch in der B-Roll-Footage gesehen hattest. Du startest in so einem Prolog, wo du, ich glaube es ist Zweiter Weltkrieg, vermute ich mal, weiß ich nicht genau. Du spielst halt Soldaten, die irgendwo in Asien unterwegs sind. Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube es war in Asien, okay. Und das ist so die erste halbe Stunde, dass du diese Soldaten spielst auf dem Schiff, vermute ich mal. Auf dem du dann auch später bist, wo da dann was passiert, was dann die Story losgehen lässt. Und die Soldatin, die ich gespielt habe, der ist dann aufgewacht und halt alle waren weg. Alles war leer und er hat dann dieses Schiff erkundet. Und er macht dann ganz am Anfang in seinem Zimmer eine Schranktür auf und aus dem Schramm kommt dann eine Leiche gepurzelt. Und da ist so ganz grundsätzlich, wie es inszeniert ist, hat nicht funktioniert. Es war nämlich so in Szene, dass er, du hattest einen Shot auf, das ist ein Close-Up auf das Gesicht von ihm. Er hat die Schranktür aufgemacht. Dann gibt es einen Gegenshot auf die rauspurzelnde Leiche. Dann würdest du eigentlich, also du würdest eigentlich diesen Schockmoment haben, weil es ja auch ein DÜ gibt natürlich, so ein Jumpscare-Moment. Und dann würdest du diesen DÜ-Moment haben und dann würdest du eigentlich in einem einigermaßen okayen Film wahrscheinlich direkt zurück zu der Perspektive von deinem Charakter gehen, wie er reagiert. Und dann vielleicht nochmal zurück zu der Leiche, dass du sie ein bisschen ausgiebig beobachtest. Hier ist es so, dass du den Charakter siehst, er macht die Tür auf, du siehst die Leiche und die purzelt dann so drei Sekunden, vier Sekunden raus. Und dann bleibt es noch so ein paar Sekunden, nicht Sekunden, aber so ein paar Momente auf der Leiche, die am Boden liegen. Und dann gibt es den Gegenshot auf den Charakter, der dann wow reagiert, was halt dann zwei, drei Sekunden zu spät kommt. Und davon ist das Spiel so ein bisschen durchzogen von so ganz grundsätzlichen Anschlussfehlern, aber auch einfach inszenatorischen Fehlern, die auch ich, ich bin ja nicht ausgebildet, ich habe keine Ahnung von Filmen machen, ich könnte das auch nicht besser. Aber selbst mir fällt das dann zumindest unterbewusst auf und wenn ich es dann genauer mir analysiere, dann kann ich es auch genauer auf solche Sachen halt runter, ja, brechen. Dankeschön. Ein Anschlussfehler gibt es halt auch viel, dass sie einfach nach links gucken und dann gibt es einen Cut und dann gucken sie nach geradeaus oder nach rechts oder die Charaktere gucken ständig an den Figuren vorbei, da sitzt der nicht genau, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Wo man so das Gefühl hat, ist das wegen der Entscheidungsvielfalt, dass das in der Mitte die Shots, die in allen sichtbar sind und dann drumherum das nicht mehr so ganz zusammen, das kann ich nicht genau sagen. Also das, was ich gesehen hatte, war, ich habe halt das bei RKG geschaut, wo drei Leute das … Arcade-G? Na was, nein, RKG, die Retried, Prepare-to-Try-Leute. Ach so, gut. Wurde es halt nochmal. Also RKG, falls ihr das suchen wollt. Und die haben das halt gespielt und die haben das natürlich selbst ein bisschen geschnitten, aber auch da ist mir auch gefallen, dass es ab und zu so awkward Momente gibt in der Art und Weise, wie sich das Spiel präsentiert, gerade was so Shot-Gegen-Shot betrifft, wo irgendwie der Anschluss nicht ganz passt. Und die Mimik ist mir nochmal aufgefallen, aber da, finde ich, ist es halt sehr Until Dawn, weil Until Dawn hatte genau das gleiche Problem. Du hast manchmal Leute, die Gesichtsausdrücke machen, die halt zu extrem sind, aber … Also es bewegt sich nicht genug, aber das, was sich bewegt, bewegt sich viel zu sehr. Sie versuchen gefühlt, die technischen Limitierungen zu kompensieren mit übertriebenen Bewegungen. Genau, also ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber es ist Uncanny Valley auf jeden Fall an diversen Stellen. Aber abgesehen davon in der Art und Weise, wie es sonst sich präsentiert hat mit den Entscheidungen, die die Spieler treffen mussten mit den Figuren und um auf so die, auf das Szenario zu reagieren, wo sie ja dort, bei dem, was ich gesehen habe, sind sie auf so einem kleinen Schiff, so einem kleinen Boot drauf, auf dem Weg zu dem großen Schiff. Also wissen sie an dem Punkt glaube ich noch nicht so richtig. Also sie wollen, da geht es darum, einen Wrack zu erkunden. Genau so. Und werden halt von Piraten, ja, gefesselt. Ich glaube, es sind in dem Moment einfach nur Fischer. Oder Fischer. Ich glaube, sie werden von denen als Piraten bezeichnet. Ja, achso, wenn die das zweite … Ja, ja, es ist nicht so ganz klar, welche Rolle die einnehmen. Das ist ein bisschen weird. Ich bin ja, weil sie sind Piraten. Und die wollen halt von denen irgendwas wissen. Also sie werden auf jeden Fall irgendwann geraten im Laufe dieser Demo. Genau. Und da werden die dann halt gefesselt und du hast so eine Geiselsituation und alles ist halt, ne, alles sind unter Druck. Und das fand ich war sehr klassisch Until Dawn in der Art und Weise, wie du dann entscheiden musstest, okay, wenn der jetzt mitgenommen wird von einem der Piraten, um befragt zu werden, bist du jetzt sehr hörig? Oder sagst du so, nee, du kannst mich mal und dann kriegt er halt eine gescheuert oder ihm wird ein Stück Ohr abgeschnitten oder sonst irgendwas. Und dann werden diese hin und her getauscht. Irgendwie hat es mich da sehr an Until Dawn ältert. Auf jeden Fall. Auch in der Art und Weise, wie es gespielt wird. Würde ich auch sagen, ich fand halt, das Writing ist mir halt negativer aufgefallen als in Until Dawn. So ging es mir dann halt in dem Moment nicht. Das finde ich dann so interessant. Weil ich finde nicht, dass das Setting und der Kontext das Ganze so sehr verändert, dass für mich das Writing jetzt besser oder schlechter wirkt als Until Dawn, sondern eher so auf einer Linie. Und das sagst du ja eigentlich auch, nur dass es halt für dich durch die Art und Weise, was für eine Story es jetzt ist, nochmal anders wirkt. Ich würde nicht die Szene auch da zu Rat ziehen, wo sie überfallen werden, weil das ja relativ reaktionär ist. Genau, es passiert was und es ist viel, also jetzt nicht unbedingt Transformers-mäßige Action, aber es ist schon Action. Die Sache ist, bis das halt passiert, bist du halt so eine knappe Stunde bereits im Spiel drin. Und in dieser Stunde, also vor allem auf diesem kleinen Boot, bist du dann halt wirklich sehr, sehr viel. Und da wird im Grunde nur erzählt. Also da sind die Leute gegenüber und da stehen sie sich gegenüber und reden einfach nur. Und da wurde es halt für mich sehr kritisch, weil keiner dieser Figuren redet wie ein Mensch. Und keiner sieht wie ein Mensch dabei noch aus. Es gibt ja auch diese, in Anführungszeichen, lustigen Sprüche, die so ab und zu eingeworfen sind, wo du so denkst, ja, okay, das würde man jetzt nicht sagen in der Situation. Wo auch, wir hatten die deutsche Übersetzung auch da, die gut eingesprochen ist, aber die Texte, also das nimmt sich sehr, sehr viele Freiheiten in seinen Texten, wo du denkst, das hat er aber gerade nicht gesagt, aber ist okay. Irgendwie never do that again oder sagt er, dann ist irgendwie die Übersetzung, ach so ein Quatsch, irgendwie sowas ähnliches war das. Oh, okay. Jedenfalls, wo es für mich das Fighting dann wirklich ein bisschen auseinanderfiel, war halt in dem ruhigen Moment am Anfang, wo du auf diesem Schiff als Soldat unterwegs bist und er halt auf diesen Horror reagieren soll, der um ihn herum passiert. Und ich habe mir ein Zitat halt gemerkt, da werden ein paar Worte jetzt sicherlich nicht hundertprozentig akkurat sein, aber insgesamt war es das, was er gesagt hat. Er macht dann nämlich eine Tür auf und einer seiner Kumpelsoldaten stolpert ihm so tot entgegen. Der hat gegen die Tür gelehnt und kommt ihm dann entgegen. Und das ist ganz am Anfang, also er hat noch gar nicht, weiß noch gar nicht, was da los ist und seine Reaktion darauf ist, oh man, this situation is fuba beyond all belief. Fuba ist halt, nee, nicht beyond all, weil fuba ist fucked up beyond all repair, genau. Das heißt, er sagt, es ist fuba irgendwas, nicht beyond all belief, aber irgendwas. Und das war's und dann geht er weiter. Und du denkst so, äh, was? Und das zieht sich halt durch diesen Anfang, dass er so überhaupt gar keine menschliche Reaktion auf diesen Terror hat um ihn herum. Ich fand's leider wirklich nicht so toll. Also ich fand's halt sehr, also es war jetzt nicht so, dass ich mich übelst aufgeregt habe, aber es war halt in den meisten Fällen nicht sehr überzeugend und dann ganz, ganz viel sehr langweilig. Weil das Spiel ging einfach nicht los in dem Part, den ich gespielt habe. Und wenn ich halt überlege, dass das ein Drittel von dem Spiel war, dann frage ich mich auch, was so, warum. Was kommt da noch? Wie lange ist das dann? Ja, ja, genau. Was soll das? Wieso habe ich so viele Stunden damit verbracht, diese mega unsympathischen Figuren nicht kennenzulernen? Ähm, ja, das, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, es, auf mich wirkt es, und wie gesagt, ich habe ja nur den einen Abschnitt gesehen, in dem tatsächlich Sachen passierte, äh, passiert sind, wie Until Dawn, ohne jetzt in eine oder die andere Richtung sich groß entwickelt zu haben, weißt du? Ja, aber so ein bisschen ein Einzel-Don, wo die Kernidentität aber weggenommen wurde. Weil es halt, weil es halt nicht mehr der Teenie-Horror ist, sondern es halt, ich weiß nicht, ist halt irgendwie gruselig, gruselig, glaube ich. Sodass es so die Identität, mit der es ausgetauscht wurde. Ja, ja. Ich glaube halt, dass nach wie vor die Freude dadurch kommen soll, gerade wenn man mit mehreren Leuten spielt, dieses, nein, mach doch das nicht, mach doch das nicht, oh Gott, was hast du getan? Und jetzt stirbt unser Charakter wegen deiner Entscheidung oder sowas, gerade wenn du dann Multiplayerst, da kannst du ja mal drauf eingehen gleich, wie das funktioniert. Äh, und dass das vielleicht auf der Ebene auch funktionieren kann. Ich finde es gar nicht so unsmart zu sagen, das ist ein Budget-Titel und ein bisschen kleiner und so, weil Until Dawn war ja sehr groß ausgelegt. Und jetzt machen sie halt mehrere kleinere Titel, ähm, wo die, das Szenario dann auch immer wechselt. Aber, äh, ich bin jetzt auch nicht irgendwie hyped oder hab das groß auf meiner Most-Wanted-List und das, was du erzählst, äh, fügt dem jetzt logischerweise dann auch nichts groß hinzu. Aber ich hab auch zum Beispiel nicht das andere Spiel von Supermassive gespielt, was sie in der Zwischenzeit mal veröffentlicht haben. Den Passion hast du doch gespielt, oder? Ja, stimmt, das ist das VR-Spiel. Ja, aber sie haben doch das, was man mit, äh, Handy zu, äh, Multiplayer spielt. Ach ja, ja, ja. Wie hieß denn das? Weiß ich nicht, das soll auch nicht so toll gewesen sein. Ich hatte eigentlich gehört, dass das ganz okay war, aber... Ja, auch ganz okay, das ruhig zu stimmen. Aber wie gesagt, ich hab halt nichts mehr groß, wie ihr seht, kann ich mich nicht mehr an den Titel erinnern. Das war, das hat mit Playlink-Cuts funktioniert, was Sony erfunden und dann vergessen hat. Ähm, äh, ja, wie funktioniert denn der Multiplayer? Der Multiplayer, äh, es gibt zwei Multiplayer-Modi. Einmal, ähm, einen, wo ich sage, dass er gibt Sinn, nämlich den, äh, Movie-Night-Modus, wo du, ich glaube, mit bis zu fünf Leuten spielen kannst und jeder wählt einen Charakter. So, du sagst, dieser Spieler spielt diesen Charakter und immer, wenn der Charakter dann was sagt oder was steuert, spielt dieser Charakter den, äh, spielt dieser Typ den, äh, oder der Frau den und du gibst einfach den Charakter, äh, den Controller umher. Unten rechts steht dann immer, jetzt kriegt Spieler 3 den Controller, jetzt kriegt 1 den Controller. Ähm, das find ich ziemlich cool. Ja. Äh, das ergibt total Sinn und das, ja, ist eine schöne Idee. Äh, es gibt aber noch einen zweiten Coop-Modus, der grundsätzlich anders funktioniert, ähm, weil das ist wirklich ein Online-Modus, wo du, das ist das, was ich gespielt habe, wo du, äh, gleichzeitig mit einem anderen Spieler übers Internet spielst. Ähm, wo, also in diesen, wo ich unterwegs war, waren halt immer zwei Leute, ähm, ähm, auf dem Prolog-Schiff, ohne dass ich das gesehen hätte, der war irgendwo anders, da war ich einfach alleine unterwegs, aber auf dem, äh, in dem zweiten, also wo es dann zum Kernspiel hin zu ging, da bin ich immer, wenn ich irgendwo langlaufen konnte auf diesem kleinen Boot, konnte auch mein Mitspieler da langlaufen. Was die Spielumgebung jetzt nicht gerade glaubhafter macht, wenn statt einem Charakter, der sich awkward durch die Gegend bewegt, zwei Charaktere. Hast du mit denen kommuniziert währenddessen? Äh, kannst du nicht, nein. Die laufen so gegeneinander und versuchen so aneinander vorbeizukommen, das ist sehr lustig, ähm, wie ich finde, ähm, auch da gibt es ein zentrales Problem und das ist halt A, wo ich denke, wo ich nicht verstehen kann, warum sie diese Richtung gegangen sind, dass du ständig die Charaktere wechselst, äh, dass halt ich am Anfang einen Charakter spreche und dann drei Szenen später der Charakter, den ich gesprochen habe, jetzt von einem Spieler, von einem anderen Spieler gesprochen wird. Ich finde, da wird halt das Role-Playing, was in diesem Movie-Night-Mode gemacht wird, komplett zerstört und ich, diese Kernfantasie, ähm, funktioniert da für mich nicht mehr so richtig ganz. Das zweite Problem ist, dass du viel wartest, ho, wartest du viel, äh, weil einfach der andere Charakter, der andere Spieler ja auch mal die entscheidet und oftmals redest du dann in der Gruppe und dann spielst du den einen Charakter und der andere spielt den anderen Charakter und immer wenn dann das zu dir kommt, dann wartet es fünf Sekunden, weil du die Antwort auswählst und immer wenn dann der andere zum anderen kommt, wartest auch nochmal fünf Sekunden, weil der gerade auswählt. Und es ist halt, sie haben es halt nicht geschafft, in irgendeiner Art und Weise das inszenatorisch zu überdecken, dass meinetwegen die Antwortmöglichkeiten schon früher kommen, wie das in einem Mass-Effekt ja zum Beispiel der Fall war, oder dass irgendwie weitergeredet wird, wie das in vielen Spielen ja mittlerweile gemacht wird, sondern es ist immer so, dass dann halt wie in Until Dawn, äh, war das dann das, die Nahaufnahme vom Gesicht und er guckt dann mit den Augen so in der Gegend rum, fünf Sekunden und dann sagt er, nein. Und das nimmt halt wirklich krass das Tempo raus. Also wirklich, wirklich krass das Tempo raus. Ähm, und war leider in dem, also wo wir es gespielt haben, hab ich die Stärken dieses Systems noch kaum wahrnehmen können, weil halt bis auf diese Endletzte Action Sequence, die du auch gesehen hast, war es halt sehr viel sitzen rum und labern. Ähm, und da kommen die Stärken dieses Systems nicht raus, sondern die kommen dann halt raus in den Quicktime-Events und wenn du diese Entscheidung triffst, um ihn zu retten, dann macht der vielleicht was anderes und sabotiert das dadurch. Ähm, also das fand ich halt super cool in seiner Idee, in seiner Umsetzung leider ein bisschen nervig, mehr als alles andere. Ja, schade. Am 30. August soll es erscheinen. Ja, ich hab mich da wirklich sehr drauf gefreut, äh, irgendwie, weil ich mir dachte, sie können aufbauen auf Until Dawn. Das war jetzt nicht so mein Lieblingsspiel, äh, aber ich fand's dann doch interessant, so im Kern und wir haben es ja auch durchgespielt, hatten damit auch Freude und ich dachte mir, wenn sie darauf aufbauen, ähm, und ein cooles bisschen besseren Writer noch kriegen, dann kann das richtig cool werden, aber ich find's in allen Belangen irgendwie weniger interessant als Until Dawn. Ähm, der Movie-Night-Mode, der könnte es wirklich, ähm, rausreißen. Ja, ich glaub, also mein persönliches Interesse wäre auch, das nur um Multiplayer zu spielen. Alleine würd ich das gar nicht spielen. Ja, also wenn ich mir vorstelle, bei Time-To-Rei irgendwie mit drei Leuten oder so, das könnte wirklich richtig toll sein. Okay, wir machen weiter mit einem Spiel, das ich am Wochenende jetzt ziemlich viel gespielt habe, nämlich Dragon Quest Builders 2, das jetzt neu erschienen ist. Ich habe ja vor einer Weile mal über den ersten Teil geredet, den ich ein bisschen anzockte, um mal den Kontext, äh, zu haben und zu wissen, was das überhaupt für eine Art Spiel ist und damit ich's mir nicht umsonst gekauft und zwei Jahre bei mir habe rumliegen. So, da haben wir den Grund. Aber es ist ganz witzig, sofort Verbesserungen zu merken, weißt du, in der Art und Weise, wie sich das Spiel präsentiert, äh, und so kleine Komfortfunktionen, die es gibt, dazu komm ich gleich noch. Es ist, wie auch der erste Teil, wirklich eine Mischung aus einem, äh, Rollenspiel und eben ein Spiel, in dem du baust, das auch sehr aussieht wie Minecraft. Also alles ist in Klötzchen gehalten, alles funktioniert auf so Quadratbasis und das funktioniert wieder super. Also ich bin gerade richtig drin in dem Spiel und hab richtig Freude, da alles zu entdecken und meine kleine Farm aufzubauen. Du beginnst auf einem, äh, auf einem Schiff, wo ein paar Monster drauf sind, die dich und ein paar andere Menschen als Gefangene gerade durch die Gegend schippern. Und es wird so ein bisschen auf die Ereignisse vom ersten Teil, äh, geschielt. Also da gab's ja so einen großen Big Bad und der wurde dann besiegt und jetzt ist aber irgendwie wieder alles schlecht. Das ist so weit zu überraschen. Das ist komisch, genau. Hätte man ja gar nicht erwartet. Und du bist wieder einer dieser ominösen Bilder, also Erbauer in dieser Welt, äh, weil das war ja schon im ersten Teil so. Ach ja, stimmt. Das ist der einzige Wahnsinn. Genau, du warst der Einzige, der Sachen erschaffen konnte und die anderen wussten nicht mal, was das Wort Bauen bedeutet. Genau, das ist super. Äh, und hier ist es jetzt so, dass du ein Erbauer bist und die Leute wissen auch, was ein Erbauer ist. Aber in dieser Welt gerade, in der wieder irgendwie die Bösen herrschen, ist es so, dass Bauen einfach nach wie vor verpönt ist und Erbauer, also Leute, naja, weil die, das ist ja der, es gibt ja den Master of Destruction und alles geht ums Zerstören. Das ist so geil. Bauen, was? Ja, ja, es ist so gut. Sie machen das aber auf sehr sympathische Art und Weise. Und jetzt ist es halt so, dass die Leute, auch die Menschen, die in dieser Welt aufwachsen, denen wird halt von vornherein gesagt, nee, Erbauer sind böse und das ist eine Sünde zu bauen und sowas. Und alle, die du triffst, sagen dann erstmal, was, du bist ein Erbauer? Wie kannst du das hier so öffentlich, äh, äh, an, äh, heraushauen und sowas? Das ist doch verboten. Und nach und nach wäre, das ist auch eigentlich ganz witzig, du baust am Anfang so eine Farm auf mit mehreren Feldern und die Leute, die zu dir kommen, die sagen dann immer erst so, nein, wir können nicht bauen, das ist verboten. Und dann spüren sie aber den Drang, äh, dieses, diese, dieses Feld jetzt bestellen zu wollen und machen das dann. Ich glaube, ich habe diese Hornbacher Werbung gesehen, Tom. Ist auf jeden Fall sehr sympathisch gemacht auf der Art. Aber am Anfang bist du nur auf diesem Schiff, das, äh, strandet dann, äh, und du triffst einen Charakter, der ein bisschen böser aussieht und auch die ganze Zeit, äh, vom, äh, ja, Monsterkloppen spricht und sowas. Und der kann nicht bauen, obwohl er es versucht, aber der befreundet sich dann trotzdem mit dir. Du triffst dann so eine andere Überlebende, von, bei der er dann sofort sagt, ja, die können wir doch direkt mal opfern oder so. Und, äh, äh, sie selbst dann so, äh, nein, hallo. Nein, ich will sie bauen. Lass mal zusammenarbeiten hier und diese Insel wieder aufbauen. Äh, äh, und es kommt halt sehr schnell raus. Also, es ist auch wirklich gar kein Geheimnis. Und nachdem du diese erste Tutorial-Insel hinter dir hast, äh, erzählt dir das Spiel das, und wie gesagt, ist es auch super obvious, dass dieser Typ, mit dem du dich befreundest, so eine Art Reinkarnation dieses Master of Destruction ist. Also, irgendein Bösewicht, der aber Amnesie hat und vergessen hat, dass er böse ist. Aber offensichtlich sehr viel Spaß hat am Sachen kaputt machen und nicht in der Lage ist, Sachen zu bauen. Also, wirklich mega offensichtlich. Auch in der Art und Weise, wie er redet. Trotzdem sehr sympathisch. Also, er befreundet sich aber wirklich mit dir. Es hört sich sehr, es erinnert mich, also, ich habe das Writing jetzt nicht gesehen, aber so wie du es schaffst, ich sehe mich sehr nach Dragon Quest an, wie ich es in Elfer Eps habe. Wo du simple Konzepte oftmals hast, die aber so sehr getragen werden von der Qualität der Dialoge und von der Sympathie, die du für all diese Charaktere hast, dass es einfach eine konstante Freude ist. Genau, ja. Und es ist auch einfach schön geschrieben, ganz viele Wortspiele und so ein Kram mit drin. Das ist sehr Dragon Quest. Das macht wirklich auf der Ebene auch Spaß. Auch wenn es mir persönlich gerade am Anfang ein bisschen sehr viel Text ist, wo ich lieber, okay, ich will jetzt mal zu den Gameplay-Sachen kommen, aber das kriegst du dann auch relativ schnell hinter dich. Ich mag voll eine Welt einfach, in der alle Leute, die, also, ob du gut oder böse bist, wird so ein bisschen dadurch definiert, wie sehr du Handwerker magst. Und wenn du sagst, nee, ich baue nicht gern, bist du halt wahrscheinlich der Bösewicht. Das ist einfach so eine tolle, also, das ist so dumm, dass ich mir perfekt vorstellen kann, wie es zu dem Writing von Dragon Quest passt. So super cool. Ja, diese Tutorial-Insel bringt dir dann halt ein paar der Basics bei. Du kommst aber sehr schnell davon weg, Isle of Awakening heißt die und kommst auf die erste richtige große Insel, wo ich jetzt den Namen leider wieder vergessen habe, aber auf der gibt es halt so eine Farm, die ist komplett desolat und sie reden auch davon, dass hier die Erde nicht mehr fruchtbar ist und da ist dann erstmal nur, sind da drei neue Charaktere, die du triffst und die eine hilft dir so ein bisschen, die Farm wieder aufzupäppeln und freut sich total, dass du jetzt da bist, während die anderen beiden noch sehr skeptisch sind, weil du bist ja ein Erbauer und das ist ja verboten. Und dann geht das halt so nach und nach, dass dir die Werkzeuge des Spiels an die Hand gegeben werden und deine Aufgabe wirklich ist, hier eine Farm draus zu machen. Also es ist nicht einfach nur irgendwie eine random Stadt oder Dorf, sondern du baust ganz viele Felder an. Bauernhof. Und was ich sehr mag, ist wie schnell die Verbesserungen deutlich werden. Es gibt einen Sprinten in dem Spiel, das gab es vorher nicht und es ist sogar ein super drolliges Sprinten, weil er seine Arme ausstreckt beim Laufen oder sie. Nee, nicht der Naruto-Run, es ist der Aralee-Run. Er zeigt wirklich mit ausgestreckten Handflächen nach außen, aber es erinnert auch natürlich Der ist noch aerodynamischer als der, weil das dann wie so ein Heckspoiler ist, wenn du dir das vorstellst. Ja, genau. Und da kannst du halt wirklich schnell sprinten auch, das ist super angenehm. Sie haben es jetzt so gemacht, dass die Waffen, die du baust oder auch der Hammer, den du baust, um Sachen abzubauen, nicht mehr Haltbarkeit haben, die gehen nicht mehr kaputt. Du baust sie dir einfach nur einmal und dann hast du sie halt. Und es ist jetzt auch so, dass Hammer und Waffe nicht auf der gleichen Taste liegen. Deine Werkzeuge, also der Hammer und später dann auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel so ein endloses Gefäß, mit dem du Wasser aufsaugen und austeilen kannst, das liegt auf einer Taste und Waffen liegen auf einer anderen Taste. Und das ist auch super angenehm und ergibt halt sehr viel Sinn, sehr viel mehr als das vorherige Steuerungs-Setup. Und was jetzt auch neu gibt, sind so Handschuhe oder ich weiß nicht, ob sie neu sind oder ob sie später mal im ersten Teil dazu kamen. Generell so, also falls ich etwas als neu bezeichne und ihr sagt, nee, das hat man doch hier und hier bekommen im ersten Teil, das weiß ich nicht, ich kenne nur die ersten so sechs, sieben, acht Stunden von Dragon Quest Billas 1. Aber für mich war es neu. So ein Handschuh, mit dem du wirklich Sachen einfach nur aufheben und woanders hin tun kannst und du musst sie nicht kaputt machen, um sie dann ins Inventar erst zu nehmen. Und das ist super angenehm und du bekommst den Hammer hier auch früher als im vorherigen Teil. Generell geht es ein bisschen eher los mit dem Bauen und nach und nach kommen halt die neuen Tools dazu, dass du halt so Felder bestellen kannst. Du musst erst mal dafür sorgen, dass die Erde wieder nutzbar ist. Dafür lernst du so einen Regenwurm-Charakter kennen, den die Leute erst gruselig finden, aber dann doch mögen, weil der geht durch die Erde durch und macht dann immer so, ich glaube, dreimal drei Blöcke wieder fruchtbar und da können dann die Leute ihre Felder drauf bestellen, wofür du dann wirklich die Dorfbewohner in deiner kleinen Farm benötigst, weil die machen das. Gilt das auch schon als Bauen? Ist dieser Wurm auch ein Bauer? Baut er Felder? Ja, es geht so ein bisschen darum, dass die so ihren Drang zum Erschaffen entdecken wieder die ganzen Dorfbewohner. Ja, 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 ja. Das gehört da so ein bisschen dazu und das ist auch so gut. Du lernst ja den Wurm kennen, wie er von anderen Monstern gerade konfrontiert wird und die sagen so, du hast dir Sachen wieder gut gemacht, also die unfruchtbare Erde wieder verwandelt und genau, wie kannst du es wagen? Und er hat dann gesagt, ja, ich kann auch nichts dafür, dass es hinten sauberer rauskommt, als es vorne reingeht. Aber ich finde auch den Gedanken schön, dass sie so philosophisch einfach ganz darüber nachdenken. Fuck, ist das jetzt schon, ist das jetzt schon Bauen oder ist das einfach nur Natur? Es kommt ja auch so ein böser Priester oder sowas. Töten wir diesen Baum wachsen lassen? Ich weiß es nicht. So ein Monsterpriester zu dir am Anfang auf die Farm und sagt halt, er ist so, ich mache euch alles kaputt und dann, oh nein, ihr habt ja hier so einen Baum, ihr habt ja so einen Baum in der Mitte, weil du, also da war einfach so eine Fläche, wo du so einen Samen bekommst, da packst du einen Baum rein und der wächst, je erfolgreicher deine Farm ist. Ja. Und der sieht den halt und das ist der Deatree, wird es genannt, also irgendwas Heiliges. Deatree? Deatree ist ein gutes Wort. Wenn der auf dem Erbauernhof wachsen würde. Das findet er dann doch interessant und lässt dich dann erstmal machen, weil er dann, also so wird es ein bisschen angedeutet, weil er dann später mehr hat, was er zerstören kann. Hat der eine Waffe dabei? Der Priester? Nee. Hat der irgendwas, Kleidung an? Nein, doch, er hat so einen Stab mit dem. Das muss doch irgendwann mal gebaut worden sein. Nein, ich würde den auf einer verbalen, ich würde einen Rededuell mit dem. Aber ich glaube, selbst das wurde irgendwie auch schon mal kurz angedeutet, dass sie dieses Paradoxon ein bisschen ansprechen. Das ist gut. Wie gesagt, generell sehr sympathisch auf der Ebene, aber es macht auch einfach Spaß, wieder Sachen zu bauen, weil teilweise hast du wirklich die Freiheit, wie die Sachen aussehen sollen, wenn dir jemand sagt, hey, ich hätte gerne einfach nur ein Zimmer mit einem Krug drin und einem Tisch und einem Bett oder sowas und dann baust du das halt so, wie es dir aber gefällt, also so groß und klein, wie du möchtest und kannst dann dekorative Gegenstände hinzupacken, die nach und nach dazukommen, wirklich später hast dann so kleine Tischchen und einen Stuhl und dann kannst du so einen Korb mit Brot drauf legen, wenn du vorher Weizen angebaut hast und den Weizen kannst du dann eben in Brot verwandeln bei Lagerfeuern. Das ist ein bisschen komisch, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Irgendwo ist da schon hitzerelevant im Prozess. Richtig. Ich glaube, auch wenn du Weizen auf Feuer schmeißt, wird ein Brot draus. Du musst halt eine richtige Form bringen, aber ich glaube, dann schon. So funktioniert es zumindest in Dragon Quest Builders 2. Oder jetzt zuletzt habe ich ein Badehaus gebaut, weil die das wollten, aber dafür kriegst du dann wirklich einen Blueprint, die gab es auch vorher schon. Da erscheint dann auf dem Boden so eine flache, vorgegebene Textur, die angibt, wo welcher Gegenstand hin soll. Also da baust du nach Anleitung sozusagen. Weil es halt ein Badehaus ist und du dem dann einfach, ja, das erschaffen sollst. Ja, ja, aber du kannst trotzdem selbst Badehäuser bauen. Also ein Raum definiert seinen Nutzen durch das, was im Raum drin ist und nicht in einer bestimmten Anordnung. Also du kannst auch sagen später, okay, so habe ich es nämlich dann auch gemacht. Ich habe dieses Badehaus danach wieder kaputt gemacht, weil ich mir ein eigenes Badehaus bauen wollte in einem eigenen Design. Und das funktioniert dann trotzdem, weil ich einfach nur die Gegenstände von dem einen ins andere gepackt habe. Und dann war das auch ein Badehaus und dann gehen die Leute da wirklich hin, weil das ist auch so super süß. Du bekommst relativ schnell eine ordentliche Anzahl an Bewohnern in deiner Farm. Und die brauchen dann natürlich auch Platz zum Schlafen. Und sie legen sich auch einfach so auf den Boden, wenn sie das nicht haben, was auch irgendwie niedlich ist, weil ich habe wirklich nur, ich glaube, zwei Häuser, in denen Leute schlafen und in jedem sind einfach sechs oder sieben Strohbetten drin. Und da liegen die dann alle aufeinander und schlafen dann abends. Und du bekommst später sogar so einen kleinen Hund und der legt sich dann auch irgendwie dazu. Das hört sich mehr wie eine Kommune, denn wie einen Bauernhof an, Tom. Ja, genau. Aber es ist wirklich dann auch so, weil es halt so schön ist, wenn du dann morgens, wenn die Leute morgens aufwachen, gehen sie alle, holen sich Essen aus der Kiste, in die du Essen gepackt hast, weil das ist so eine Gemeinschaftskiste, gehen damit, falls du es hast, zu einem Tisch mit Stuhl, um da dran dann ihr Essen zu futtern. Und gehen danach an die Arbeit, nehmen sie ihre Haken und gehen auf die Felder, um die zu bestellen, wenn du sie deklariert hast als Felder und gesagt hast, was hier drauf gesät werden soll. Und dadurch kriegt das so einen richtigen Wuselfaktor. Und das ist voll schön. Vor allem auch, weil es jetzt so ein System gibt, dass die Charaktere Dankbarkeit fallen lassen. Wie die? Fallen lassen? Ja, ja. Oh nein, ich habe keine Dankbarkeit verloren. Kleine Herzchen, die die droppen, immer wenn sie irgendwas schaffen oder wenn du irgendwas schaffst und das sammelst du dann ein und das sind quasi die Erfahrungspunkte für deine Stadt. Ich bin der Meinung, es hat vorher einfach so funktioniert, ohne dass du irgendwas aufsammeln musstest und jetzt sammelst du die Sachen aber. Und das macht halt auch sehr viel Freude, so nach und nach zu sehen, wie deine Farben größer wird und dann aber zwischendrin eben auch auf die Abenteuer in der Welt selbst zu gehen, wenn du die Quests bekommst von den Leuten wieder, das funktioniert im Wesentlichen wie vorher. Nur, dass die Präsentation ein bisschen schöner ist, was Interface angeht. Das wirkt alles sehr durchdacht, aber auch sehr hübsch. Spraufsaal gibt es nicht, oder? Nee, nee, ist alles über Text. Finde ich auch besser so. Und dann musst du halt irgendwie draußen mit einem Hund in den Sumpf gehen und dieser kleine Hund, der zu dir gestoßen ist, der kann irgendwie Zuckerrohr erschnüffeln, das in den Boden steckt und also so Zuckerrohr, Samen. Zuckerrohr und. Er kann auch andere Sachen erschnüffeln, irgendwie Schätze oder sowas. Also das ist generell sehr nützlich. Und das gräbst du dann aus und bringst es dann mit nach Hause, weil momentan ist meine Aufgabe, fünf verschiedene Arten von Feldern zu haben. Und da bin ich gerade bei den letzten beiden. Also ich spiele immer noch auf dieser ersten großen Insel und das jetzt schon seit, weiß ich nicht, auch wieder acht, neun Stunden oder sowas oder vielleicht sogar mehr. Ich habe wirklich viel gespielt jetzt am Wochenende, weil ich aber auch manchmal einfach nur an irgendwelchen dekorativen Sachen eine Weile sitze. Und abends kommen Monster raus und ab und zu kommen auch wirklich Monsterwellen, die deine Farm angreifen. Da stürmen dann alle Dorfbewohner hin und fangen an, die zu verteidigen, was auch ganz witzig ist und ja, irgendwie funktioniert alles, was dieses Spiel macht. Es hat auch einen neuen Fotomodus, den ich sehr schön finde. Der ist sehr rudimentär, aber er funktioniert so, dass du Sachen hochladen kannst mit einem Tag und während des Ladens am Anfang des Spiels werden dir Fotos von anderen angezeigt, die du dann während des Ladebildschirms auch liken kannst, was irgendwie ganz nett ist. Das spielt sich überragend an. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Es macht sehr viel Spaß. Es ist halt immer noch so, also das fand ich ja beim ersten Dragon Quest Builders so überraschend, wie sehr Minecraft da drinsteckt. Und das steckt auch hier nach wie vor drin mit dem Crafting und dem wirklich Basteln von Sachen, die du auch selber bauen musst, wo es nicht für alles eine Anleitung gibt oder sowas. Aber dass du dann halt auch kreative Freiheit hast, das mag ich sehr gern, aber eben immer verbunden mit sehr klaren Zielen. Ich habe nie in dem Spiel bisher das Gefühl gehabt, dass ich mal nicht wusste, was ich machen soll oder sowas. Ich wusste immer genau, was ich machen soll und habe mich dann halt mal entschieden, was anderes zu machen, weil ich irgendwie in der Distanz gesehen habe, oh, hier gibt es einen dieser neuen, ja, fast schon Schreine, das sind so Mini-Puzzles, aber jetzt denk nicht an Zelda, wo irgendwie ein Block an der falschen Stelle steht und den musst du dann halt richtig setzen und dann bekommst du so eine Währung, die später mal nützlich sein wird, aber ich weiß noch nicht wozu. Ja, ist alles sehr, ist herzallerliebst dieses Spiel. Habe ich Bock drauf, wenn ich die 70 Stunden, die mir noch an Dragon Quest L fehlen, benachbohlt habe. Also Dragon Quest Builders 2 von meinem, ja, Ersteindruck ist es eigentlich schon nicht mehr, aber durch bin ich auch noch lange nicht, aber von dem Eindruck, den ich bisher habe, eine sehr große Empfehlung. Ich habe da wirklich meine helle Freude mit. Du hast ein ganz anderes Spiel gespielt, nämlich The Sinking City, zumindest ein Ersteindruck von diesem Spiel. Wie ist denn dieser nächste Versuch, ein gutes Lovecraft-Spiel zu machen? Da habe ich wirklich so ein Stündchen ungefähr nur reingeguckt bisher, also ich war ja dann auf einem kurzen Heimattrip, habe ich aber vorher nochmal einfach machen wollen, um mir meine Neugier, meine Neugier da ein bisschen zu besänftigen. Spitz, auf dem PC? Auf dem PC, genau, weil ich auch gehört habe, dass es auf der Konsole ganz schön kritisch läuft, weil es ist halt ein Open-World-Spiel, aber von keinem großen AAA-Entwickler, wo es mit Ladezeiten und Nachladerucklern und sowas alles nicht so spaßig sein soll. Deswegen dachte ich mir, gucken wir uns einfach mal an die PC-Version, ist das, glaube ich, exklusiv im Epic Store nur erhältlich, zumindest zu dem, was ich geguckt habe. Der Ersteindruck ist allerdings ein sehr positiver. Es ist ein interessantes Spiel, weil es ein sehr anderes Spiel ist, als man, glaube ich, vermutet, wenn man halt nur einen kurzen Eindruck davon bekommt. Ah, halt, weil es Open-World ist. Und das hätte ich jetzt ... Also, ich wusste das dann schon, aber trotzdem musste ich mir mehrere Trailer und Präsentationen davon angucken, bis ich das mal wirklich verstanden habe. Aber das ist auf eine Art und Weise Open-World, wie es mir sehr gut gefällt. Es ist Epic Game Store exklusiv und das für ein Jahr. Ja, genau. Das weiß man jetzt schon. Es hat eine Open-World, die mir sehr gut gefällt. Weil es ist halt eine Stadt, in der du unterwegs bist. Und ich habe jetzt ja nun wirklich einen kleinen Bruchteil von dieser Stadt erkundet. Ich weiß auch nicht, ob ich von überall sofort hin kann oder ob es da Grenzen gibt. Weiß ich noch nicht genau. Was mir aber sofort am Anfang sehr gut gefiel, und ich hoffe, dass es sich durch den Rest des Spieles zieht, ist, dass es ... Also, es funktionierte nicht wie eine Videospiel-offene Welt, sondern es funktionierte wie eine echte Stadt mit echten Leuten, mit denen ich geredet habe. Weil ich habe ... Am Anfang musst du direkt einen Entführungsfall aufklären quasi. Du bist halt ein Detektiv, der in dieser fremden Stadt ankommt, die in der einerseits ehemalige Bewohner von ... Scheiße, wie heißt die Stadt nochmal? In Smith? Genau. Das übrigens Innsmouth genannt wird tatsächlich. Ja, das hat mir mal auch ... Was aber tatsächlich die richtige Aussprache ist in meiner Recherche. Ist das so? Ich war auch, weil auch in der englischen Version sagen sie Innsmouth, und ich dachte mir so, das ist doch Innsmouth. Und bei allem, was ich geguckt habe, wird beides akzeptiert, aber es tendiert man eher zu Innsmouth. Und auch im Audiobuch wird Innsmouth zum Beispiel gesagt. Wo ich überrascht von war. Aber ja. Das ist mir jetzt auch neu, tatsächlich. Ich nenne es ja auch mal Innsmouth, kommen Sie her. Was halt so ... Menschen sind, die halb ... Pronunciation ist die erste Ergänzung auf Google, wenn man Innsmouth eigentlich hat. Ja, genau. So habe ich auch gegoogelt. Mich hat dann ... Also, wovon ich mich überzeugen habe lassen, war halt, dass das offizielle Audiobuch das auch als Innsmouth, mehr als Innsmouth ... Das ist von H.B. Lovecraft eingesprochene Audiobuch. Ja, genau. Was mir da halt sehr, sehr gut gefiel in dieser Stadt, wie gesagt, es gibt halt die Innsmouther, die so Fischmenschen sind. Die wurden halt in dem Event des Buches so ein bisschen verändert und mussten dann aus Innsmouth fliehen und sind dann in diese anderen Stadt angekommen. Und du triffst halt auf einen Großgrundbesitzer in dieser Stadt im Grunde, einen der wichtigen großen Familien, die so ein bisschen die Entscheidungsgewalt über diese Stadt haben. Der aussieht ... Der sieht aus wie ein Neandertaler. Sehr, sehr krass. Also, der sieht sehr aus wie so eine ... Hat noch sehr Züge wie ein Affe. Und das wird auch angesprochen. Also, der ist sehr stolz auf seine natürlichen, ursprünglichen Züge, die irgendwie in dieser Familie liegen. Und er ist halt ein übelster Rassist gegenüber den Innsmouthern und die wiederum auch gegenüber seiner Familie aufgrund des Aussehens einerseits im Züge der Innsmouther. Und halt, er mag die Innsmouther nicht, weil sie halt aus Innsmouth kommen und auch so aussehen. Also, es hat sehr, sehr rassistische politische Untertöne. Untertöne ist schon untertrieben. Töne. Schreie, die dir entgegengerufen werden. Wie gesagt, ich hatte mich ja mit Mats schon mal über das Spiel unterhalten, privat. Er meinte auch, am Anfang gibt es so eine Einblendung von wegen ... Ja, genau. Also, sie sagt ... Es ist nicht das, was ich dir erst gedacht habe. Was ich dachte, was sie in der Einblendung machen, ist halt darauf hinweisen, dass H.P. Lovecraft ein übelster Rassist war und seine Geschichten eben in dem Kontext dieses Hintergrundwissens immer betrachtet werden müssen. Das machen sie nicht. Was sie machen ist, dass sie halt sagen, unsere Geschichte ist eine Geschichte über Rassismus, die Rassismus behandelt. Aber es wird jetzt nicht wirklich darauf eingegangen, dass der ganze Lovecraft-Mythos auf xenophobischen Idealen basiert. Das wird leider nicht gemacht, sondern es geht halt darum, dass dieses Spiel halt als eines des zentralen Themen scheinbar Rassismus behandelt und darstellt. Und darum geht es dann halt, dass gesagt wird, wir stellen Rassismus dar. Was ich aber finde, da das halt erneut so mit komplett fiktiven Menschengruppen passiert, ist da schon so die Trennung da, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich sagen würde, oh, wie können sie es wagen, muss man natürlich auch sehen, wo sie auf ihn kommen. Genau, was sie damit machen. Genau. Du kommst dann halt dort an und musst einen Fall aufkehren direkt am Anfang, um halt dich bei diesem Großgrundbesitzer, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, so ein bisschen einzuschleimen, damit du was gut hast bei ihm und den Rest der Stadt erkunden, damit er dich quasi aus dem Hafenbereich rauslässt, musst du ihm helfen. Und sein Sohn wurde entführt, ist verschwunden und du musst das aufklären und du musst dann halt so ein paar Gegenden auch erkunden innerhalb dieses Hafengebiets und immer wenn du irgendwo hin musst und ein Charakter dich hinschickt, dann erklärt er dir genau, wie du da hinkommst. Da ist die Straße, da kannst du links entlang gehen, dann siehst du, da ist irgendwie das Schild, da kannst du entlang gehen. Und all diese Schilder, Straßennamen und Hausnummern findest du, zumindest jetzt am Anfang, in der Spielwelt selbst und mir wird auch keine Fahrt dahin angezeigt. Ich habe eine Karte, wo ich auch selber Checkpoints setzen kann, aber ich habe auf dieser Karte jetzt nicht sofort gesehen, wo ich hin muss, sondern das muss ich mir selber zusammenreimen, auch mit den Notizen, der er sich dann im Menü macht, über die Hinweise, die du innerhalb dieses Falles bekommst. Und das hat mir super gefallen. Also ich habe mich sehr frei gefühlt in der Art und Weise, wie ich den Fall gelöst habe. nicht dann in dem Sinn, dass ich jetzt besonders viel Entscheidungsgewalt habe, sondern jeder wird diesen Fall zu einem Schluss bringen und dann hast du quasi zwei Möglichkeiten, wie du dich entscheiden kannst. Aber du löst den auf die gleiche Art und Weise und dann sagst du, ich glaube, hier ist A passiert oder hier ist B passiert. Und für beide gibt es gleichmäßige Hinweise und du musst einfach dann dich dafür entscheiden. Das klingt ja ganz gut, weil Mats' Eindruck war sehr durchwachsen von dem Spiel. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Weil er auch meinte, dass es so diese Erkundung gibt im Spiel, die du gerade beschreibst, aber dass man dann auch so Sachen macht, wie irgendwie zu einer Kirche gehen oder sowas, die dann offen ist und man sich da umgucken kann, aber da nichts ist und später gibt es eine Quest, wo man zu der muss und dann ist sie verschlossen und dann muss man erst mal das versuchen, da reinzukommen und erst dann wird es eigentlich relevant. Also dass das so ein bisschen unbefriedigend sein soll, aber ich hoffe mal, dass ich mir das richtig gemerkt habe, nicht, dass ich Mats' Standpunkt falsch vertrete. Ja, das habe ich auch so gemerkt. Aber ja, es wirkte jetzt nicht so wie das rundeste Spiel. Nee, das erwarte ich auch wirklich nicht. Es ist auch so grafisch. Also der Hauptcharakter sieht halt wirklich sehr, sehr gut aus. Inszenatorisch, alle anderen Charaktere fallen schon so ein bisschen ab wieder im Vergleich. Man merkt halt, dass es jetzt nicht das allergrößte Budget hatte. Und ich sehe auch total, wie wenn die Welt sich wirklich öffnet, dass so ein bisschen im Konflikt stehen kann mit dem Kern Gameplay oder der Kerngeschichte, die es erzählen will. Ich bin gespannt drauf. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Ob ich es jetzt durchspielen werde, weiß ich nicht. Du hattest ja auch an Call of Cthulhu deinen Spaß, trotz der Fehldritte. Genau, ich habe halt auch total Freude daran, einfach die Parallelen zu erforschen in diesen Spielen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist super faszinierend, was mich halt an Sea of Thieves, nein, Sinking City, Sea of Thieves, was mich da halt ein bisschen abschreckt, ist halt die Spiellänge, weil es ist halt wirklich ein ziemlich langes Spiel von dem, was ich mitbekommen habe. Und da weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt in meinem Leben nochmal brauche. Aber grundsätzlich ... Klingt so, als ob du nie wieder lange Spiele spielst. Grundsätzlich finde ich das sehr interessant und der Anfang hat mich angefixt. Okay, schön. Ich mache mal weiter, wieder mit was ganz anderem, nämlich Blazing Chrome, das ich auf der Switch gespielt habe. Das ist ein, ja, so ein bisschen 16-Bit-Style Shoot'em-Up, sehr eindeutig inspiriert von Spielen wie Contra oder Metal Slug und spielt sich auch ganz genauso. Und wir sind ja durch David darauf aufmerksam gemacht worden, der das unter anderem in unseren E3-Streams einmal anbrachte und dann haben wir uns auch einen Trailer dazu angesehen. Und es ist im Wesentlichen genau das, was es scheint bisher. Also ich habe nur ein paar Levels gespielt. Ich habe einmal mit Dani zusammen ein bisschen gezockt. Da gibt es auch einen Time-to-3-Warn-Off, was jetzt die Tage erscheint. Da könnt ihr es mal sehen. Da haben wir auf dem leichten Schwierigkeitsgrad einfach mal so ein bisschen uns das Spiel zum ersten Mal angeguckt. Also es ist wirklich ein Ersteindruck. Und dann habe ich danach noch mal ein paar Level so gespielt und gemerkt, okay, also auch Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, sehr Contra-esk, weil du hältst halt nur einen Treffer aus und dann bist du tot. Aber es gibt aber Items, die dich mehr aushalten lassen. Und es gibt natürlich zahllose, also nicht zahllose, aber zumindest zahlreiche Waffen in dem Spiel, dass du am Anfang halt mit ganz normalem Maschinengewehr anfängst, aber dann später es auch so was gibt, was so ein bisschen aussieht wie eine Laserpeitsche oder halt einen Granatwerfer oder so was. Und hier ist es aber so, dass du diese Waffen aufnimmst und danach noch zwischen ihnen wechseln kannst, was ganz nice ist. Weil es ist nicht so wie halt früher in vielen Shoot-em-Ups, wenn du dann eine Waffe aufnimmst, dann hast du die halt. Sondern hier kannst du sagen ... Ah, verdammt, sie schießt in einem Bogen um nach hinten. Ja, also, naja, aber zum Beispiel der Granatwerfer ist auch so ein Ding, was du in einem Bogen schießt und du kannst es nicht spammen. Also du kannst nicht gedrückt halten und es ballern, sondern du musst jedes Mal drücken. Und manchmal ist das super nützlich, gerade gegen Gegner, die so ein bisschen langsamer sind oder so was. Aber wenn ganz viele schnelle Gegner kommen und du schnell reagieren musst, ist eigentlich die normale Maschinenpistole besser. Und dann ist es halt nützlich, darauf wechseln zu können. Und es ist halt wirklich diese extreme Action, extrem schnell, extrem hübsch, auch in der Art und Weise, wie es seinen 16-Bit-Stil nutzt. Weil das Pixel-Art, was man hier sieht, sieht wirklich super toll aus. Auch so dann Szenen zu haben wie irgendwie eine Fahrt auf Schienen mit Bikes, wo im Hintergrund der Sonnenuntergang an einem vorbei zischt oder so was und du dann auf einem Zug landest und dann von dort aus weiter ballerst, während um dich herum Gegner entweder mit so, ja, Flugzeug-Mech-artigen Viechern auf dich zukommen oder unten neben den Schienen mit ihren Bikes fahren und du musst die abwehren, das ist super cool. Es ist wirklich dieses Versprechen des Retro-Kontra-Likes, ohne dass es jetzt mehr wurde in dem, was ich bisher gespielt habe. Aber muss es meiner Ansicht auch nicht. Es ist wirklich einfach mal wieder so ein Spiel. Und das, was es da vorhat, scheint es genauso auch umzusetzen. Ich habe mir da bisher auch nur den ausführlichen Quick-Look von Giant Bomb zu angeguckt. Da wirkt es mir auch, also es wirkt für mich sehr, diese beiden Spiele, die du erwähnt hast, dass es spielerisch exakt Contra ist. Contra? Das ist exakt Contra-Super-Practure-Contra-Likes. Und dann optisch sehr Metal-Slug. Und ich finde, das ist ja eine super Kombination. Ja, ja. Also es sieht halt wirklich optisch überragend aus. Gerade wenn auch die Bosse kommen, es ist ein Bildschirmfüllender Explosionen, in dem erster Eindruck mit Dani, wir haben ja wirklich zu zweit gesperrt, einen Koop-Modus, hat die Übersicht sehr darunter gelitten. Gerade wenn du es zum ersten Mal spielst und du denkst so, was passiert hier? Aber wir haben es auch leicht gestellt und sind dann einigermaßen vorangekommen. Dann aber auch irgendwann Game Over. Und Solo fiel es mir dann ein bisschen leichter, weil ich wirklich mal gemerkt habe, ah, da sind die Gegner, da bin ich. Okay, ich kann alles erkennen. Trotzdem ist es natürlich schwierig, wenn du mit einem Hit stirbst. Also ich habe dann auch auf leicht weitergespielt. Da wird es dann im Zweispieler-Modus natürlich besser. Eigentlich schon. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Spiele auf Koop balanciert werden. Weil ich immer, wenn ich Leute darüber reden höre, immer darüber reden höre, dass das ein Koop-Spiel ist. Ja, auch wenn Leute über Kontra reden. Ja, habe ich auch das Gefühl. Es hat aber auch alleine Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es ist dann, selbst auf leicht was habe ich, wo du sieben Leben hast. Selbst da bin ich dann relativ schnell Game Over gegangen, weil du halt nur einmal getroffen werden musst. Und wenn du neu spawnst, hast du logischerweise dann nicht das Schild, was du vorher noch hattest. Ja, aber wie gesagt, schaut euch das mal an. Wenn ihr auf dieser Art von Retro-Spiel steht, gibt es jetzt auf der Switch, aber auch auf anderen Plattformen, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Auf der Switch hat es 15 Euro gekostet. Ich möchte kurz darauf hinweisen, es kommt von einem brasilianischen Studio, die vorher schon mal zwei Spiele gemacht haben, die auch so sehr retro-mäßige, alte Spiele, also kopieren, imitieren sind negativ behaftete Worte, aber so jetzt, wie es da auch mit Kontra machen, homagieren. Ich möchte kurz, das ist ein sehr positives Wort, homagieren. Ich möchte kurz darauf noch mal hinweisen, ich schaue mal ganz kurz, wie die Nummer heißen. Joy Meshire ist ein ganz schöner Name für den Spielentwickler, liebe Leute. Joy Meshire. Ich will mal darauf hinweisen und ihren Namen direkt mal kritisieren. Genau, also sie haben Oniken und Odalus auch gemacht. Oh, Oniken, das haben wir doch mal gespielt. Also zumindest, oder wir hatten es mal vor, Oniken ist dieses Ninja-Guiden-Like, glaube ich. Wenn ich richtig im Kopf habe. Haben wir das nicht in unserem Steam-Stream gespielt? Das kann kurz, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Und Odalus, oder Odalus, O-D-A-L-L-U-S, ist ein Castlevania-Spiel. Und beide sind sehr beliebt. Sollen sehr, sehr toll sein. Und kosten auch in jedem Sale irgendwie ein Euro oder zwei Euro oder so. Kann man sich auf jeden Fall mal genauer angucken. Wo wir gerade bei Hommages an alte Klassiker sind. Du hast Soul C-Ref gespielt. Das ist auch ein bisschen eine Hommage an ActRazer. Ein Spiel, das 2D-Platforming mit, ja, Aufbausimulationen verbindet. Und Soul C-Ref scheint zumindest in eine ähnliche Richtung zu gehen. Kommt von ... Ace Team. Ace Team, genau. Die vorher Xenoclash gemacht haben und diverse andere Spiele, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Rock of Ages und ... Ja, das mit dem Mars-Ding. Die Tower of Monsters. Deadly Tower of Monsters, genau. Und ... Wie hieß dann? Ja, ist egal. Auf jeden Fall haben die ... Ein Spiel fehlt noch. ... haben die Soul C-Ref gemacht und das hast du gespielt. Auch auf der Switch, ne? Ja, genau. Als großer Fan von Ace Team muss ich sagen, äh, wow, wow. Dem Spiel fehlt erst mal jegliche Identität, was normalerweise immer die große Stärke von Ace Team ist. Das ist ja eigentlich deren Ding, ja. Genau. Du kannst alles an den Ace Team-Spielen irgendwie hassen, aber die Charaktere und die Erzählung und die Dialoge und die Atmosphäre, der Style, die Spielwelt ist normalerweise das, was sich trotzdem irgendwie halten kann. Das ist so ein klassisches Suda51-Ding eigentlich in dieser Hinsicht. Das geht jetzt hier dem Spiel komplett abhanden. Ich hab so zwei Stunden, glaub ich, gespielt. Du bist ein Gott namens Helios, der ... Es gibt so einen Charakter, so ein alter Mann, der betet, der sagt, oh, Helios, komm mal her, wie so ein Monster. Und dann kommt Helios und sagt, ja, ich mach jetzt mal die Monster tot. Das war's so wirklich. Also erzählerisch ist da bisher noch nicht mehr passiert. Du hast immer mal wieder, wenn du das Dorf weiter aufbaust, bekommst du kurze Snippets, wo der alte Mann so ein 2-D-Porträt aufploppt und er mit seiner Tochter erzählt. Und dann sagt er irgendwie, oh, der Gott, der Bäume ist böse. Dann sagt sie, oh, schade. Und so das war's. Also mehr ist da bisher noch nicht passiert. Also keinerlei irgendwie Reste von dem, was man normalerweise an AC mag. Was halt das Spielerische darlässt. Und ja, oh, es ist zweigeteilt, wie auch in ActRaiser. Ich erkläre das aber mal grundsätzlicher, weil ich hab ActRaiser vorher auch nie gespielt. Einerseits hast du einen 2-D-Sidescroller, wo du mit dem Schwert zuschlagen kannst, wo du ausweichen kannst nach hinten und springen kannst und ein Schild hast und einen Bogen auch. Und dann hast du ein Echtzeit-Strategie-Spiel, was aber sehr zurückgefahren ist. Das war's auch in ActRaiser schon, von dem, was ich gesehen habe. Also was auch nicht wie ein klassisches Echtzeit-Strategie-Spiel funktioniert, sondern es ist fast mehr ein Tower-Defense. Du hast mehrere Maps. Du hast quasi eine Overview-Map, wo du verschiedene Gegenden hast. Am Anfang hast du natürlich nur eine. Und du fliegst dann auf diese Overview-Map dahin. Und dort bist du dann auf einer zentralen, auf einer anderen, kleineren Map. Und dort kannst du dann Gebäude bauen. Und du musst Dorfbewohner bauen, damit du Leute hast, die du in Kasernen schicken kannst. Und diese Kasernen, da brauchst du dann keine Einheiten, sondern die baust du einfach neben den Weg, an dem die Monstern langgehen. Du hast immer eingezeichnete Wege, an denen die Monstern langgehen. Und dann stellen sich halt pro Kaserne maximal drei Leute auf den Weg und verteidigen dann. Das ist ja wirklich Tower-Defense. Und genau. Und du kannst Bogenschützen bauen oder Spike-Traps bauen auf dem Weg. Das ist exakt Tower-Defense. Und was du quasi machen musst, ist, du musst eine Balance finden, dass du einerseits immer neue Kasernen und Bauernhöfe baust, um dann die, weil du brauchst immer Bauernhof, um ein Haus, du brauchst pro Haus, braucht eine Nahrung. Und diese eine Nahrung wird für einen Bauernhof hergestellt. Und dann musst du halt das in der Balance halten. Und dann musst du aber auch Holz hacken, wo es immer nur ein paar Ressourcen gibt auf jeder Map, um neue Gebäude bauen zu können. Und das musst du dann balancieren, dass du auch Tempel bauen musst, weil dein Ziel ist quasi, zu den Spawn-Punkten dieser Monster zu kommen. Die spawnen immer an mehreren Punkten auf der Map. Und du musst dann Wege dahin bauen. Und dann baust du einen Tempel direkt neben diesem Spawn-Punkt, der dann so einen giftigen Nebel wegscheucht, wenn du den mit Dorfbewohnern ausrüstest. Und dann kannst du, wenn du eine Welle überstanden hast, also irgendwie alle 30 Sekunden statt eine neue Gegnerwelle, wenn du eine Gegnerwelle überstanden hast, kannst du dann zu diesem Spawn-Punkt gehen mit dem Cursor, der auch gleichzeitig Helios ist, A drücken. Und dann kommst du in die 2D-Perspektive, wo du dann den Spawn-Punkt kaputt machst. Das machst du 4-5 Mal auf dieser Map. Und dann hast du den Gegner, bist du beim letzten Spawn-Punkt und da besiegst du einen zentralen Gegner. Und dann gehst du zum nächsten. War das dann ein Boss oder sowas? Ja, aber auch einer, der jetzt nicht speziell gemacht hat, also den ich auch schon öfter gesehen hatte. Aber ja, es ist ein großer Gegner. Das ist okay. So, dieses Echt-Strategie ist okay. Auf der Switch weniger. Das ist wirklich ein kritischer Switch-Pod. Wenn es euch kauft, kauft es nicht auf der Switch, weil es wirklich eine Auflösung von 4x3 hat gefühlt, dass es extrem verwaschen ist und auch dann nicht flüssig läuft dabei. Es ist auch nicht so, dass es jetzt richtig krass ruckelt, aber es ist die ganze Zeit verzögert, weißt du? Es macht nie so ganz in der Sekunde, wo du draufdrückst alles, sondern du hast immer das Gefühl, da ist eine Verzögerung drin, weil das alles erst berechnet werden muss, was halt im Echtzeit-Strategie-Part oder sag mal nur im Strategie-Part nervig ist, aber okay. Aber dann im 2D oder 2.5D-Sidescrolling-Part richtig schlimm wird, weil die sind richtig, 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 richtig scheiße. Die sind so richtig scheiße, diese 2D-Parts. Alles ist halt ultra verzögert. Du kannst nicht unmittelbar auf Dinge reagieren. Die Dinger sind zusammengesetzt aus Unreal Engine Assets, die in keiner Weise zusammenpassen und die auch so teilweise so, wo du die Linien dazwischen siehst, wo sie zusammengesetzt wurden. Richtig schlimm. Es sieht wirklich desaströs aus, grafisch. Die Monster-Designs sind alle die langweiligsten Kobolde oder sonst was, die du dir vorstellen kannst. Du wirst, du musst halt manchmal nach links, manchmal nach rechts laufen. Die Ziele variieren in diesen Sidescrolling-Passagen. Manchmal musst du einen Endpunkt erreichen, manchmal hast du nur einen Bildschirm, auf dem du hin und her läufst und da spawnen einfach immer neue Gegner, die du besiegen musst. Das variiert dann. Aber du hast keine wirklichen Hinweise, was du da jetzt machen musst. Du musst einfach probieren. Wie die Gegner spawnen, variiert auch. Meistens laufen die so, du siehst die von Vordergrund des Bildschirms oder vom Hintergrund des Bildschirms auf dich zurennen, auf die Pläne, auf die Ebene, auf der du bist. Manchmal erscheinen die aber auch einfach. Ohne Effekt. Also da stehst du irgendwo, sind die einfach da und wenn du zufällig gerade da standest, wo du dich spawnen, kriegst du einen Schadenpunkt. Kriegst du Schaden. Also es wirkt einfach unfertig. Es wirkt völlig unfertig. Du hast halt auch, aber es ist auch so zentral irgendwie nicht gut designt. Du hast halt Waffen und die Gegner haben auch Waffen, mit denen sie Schaden machen. Gleichzeitig nimmst du aber auch Schaden, wenn du sie berührst. Du hast aber eine Nahkampfwaffe, wo du relativ nah dran musst, um ihnen Schaden zu machen und dann ist das mega verzögert. Sie haben Hitboxen, die ich, also wo es eine nette Bezeichnung als Hitboxen zu bezeichnen und nicht als Hitzfelder, weil du kommst dann irgendwie in die Nähe und versuchst sie zu schlagen. Dein Gegner, dein Charakter rennt auch noch eine halbe Sekunde länger nach rechts, als du eigentlich willst und dann berührst du schon so halb den Gegner, wirst dann nach hinten geworfen und getroffen und musst dann aber wieder an ihn machen. Das ist absolutes Desaster. Das ist unglaublich frustrierend. Diese Level sind dann meistens recht kurz. Ich hatte auch schon zwei Level, die unfassbar lang sind, die nicht aufhören, wo auch immer neue spawnen. Und du rennst dann halt nach rechts. Du rennst natürlich dann nach rechts und dann gibst es wirklich Gegenden, wie in einem schlechten Mario-Make-Level, das ich gebaut hätte. Du bist an einem Abgrund und du siehst nichts, was rechts ist. Du denkst dir dann, na gut, dann springen wir erst mal da hin. Und wenn dort Spikes wären, dann zeig dir das an mit so roten Pfeilen. Das ist auch schon sehr ungalant, dass so rote Pfeile aufploppen, die zeigen, dass du da nicht hinfallen darfst. Das ist okay, das wird angezeigt. Aber was dann passiert ist, ich war mega spät in diesem Level, war schon mega eingekotzt, weil ich das schon 20.000 Mal gespielt habe. Und dann habe ich so eine Klippe und springe dann rechts da runter. Und in der Sekunde, wo ich runterspringe, bin ich im Blickfeld von einem Bogenschützen rechts, den ich dann erst sehe. und in der Sekunde, in der ich dann noch im Pfeilen bin, schießt er sofort den Pfeil. Ich hatte noch einen Leben. Bevor ich am Boden war, hat der Pfeil mich schon getroffen, mich gekillt. Schön. Und das ist halt wirklich Level-Design straight out of hell. Sie spawnen dir dann einfach diese Gegner umher, bis du irgendwie keinen Bock mehr hast. Es ist wirklich nicht gut. Es ist leider wirklich nicht gut. Und ich könnte das total verzeihen, wenn ich dafür dieses Ace-Team-Ding hätte, von einer spannenden, faszinierenden Spielwelt. Das existiert aber gar nicht. Es ist das langweiligste einer Spielwelt, was ich seit langem gesehen habe. Es wirkt unfertig. Es wirkt wild zusammengeworfen. Ich habe tatsächlich, also das mit den Assets ist tatsächlich auch jetzt nicht nur, wirkt nicht so, sondern ich habe mich da mal, ich kann es ja selbst nicht beurteilen, aber in meiner Recherche auf google.de habe ich ein, zwei Beiträge von selber Leuten gesehen, die ab und zu meinem Unity-Store unterwegs sind, wo schon diese Effekte und die Effekte einfach eins zu eins übernommen wurden. Wie ist das denn passiert? Ich weiß, ich weiß, das Spiel wird wie für 3,50 Euro entwickelt. Ja, und mit einer Deadline von drei Monaten oder was? Wirklich. Es kann sein, und das ist halt etwas, was ich fast selbst ausprobieren will, es kann sein, dass das zentrale Problem, dass sich das alles so scheiße spielt und steuert, durch die anderen Versionen ein bisschen verbessert wird. Vor allem natürlich durch die PC-Version. Ich habe gerade mal, ach so, PC-Version weiß ich nicht, aber ich habe gerade mal die GameSpot-Review von der PS4-Version gesehen und da stand auch Controls, too rigid. Ja, also rigid ist auf jeden Fall, aber wenn es zumindest nicht so diesen, dieses Verzögerze hätte, wo alles so zu lange, und dann so kleine Mikro-Ruckele ab und zu immer wieder hat. Also eine schlechte Performance wird dem auf jeden Fall nicht helfen. Es läuft halt aus irgendeinem Grund auch auf PS4 und Xbox One, so wie ich das gesehen habe, nur mit 30 Frames, aber auf dem PC kannst du es dann halt auch mit 60 Spielen. Es wirkt ja auch gerade wie ein Spiel, was, also dann wahrscheinlich auch nicht Zeit für Optimierung oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Es hat einen coolen Soundtrack. Das ist so eigenartig. Das, naja, ja, ist ja auch, obwohl, nee, der Komponist hat ja, das Thema der Komponist hat, der hat nur das Thema gemacht, was super cool ist, aber auch der Rest ist heute ziemlich cool. Sega hat das so, ja, nur ein paar Wochen, bevor es jetzt rauskam, angekündigt, und dann ist es so ein, so, so was Vergessenswertes sofort wieder. Das finde ich so schade, weil das Prinzip finde ich eigentlich cool. Ja, ja, ja. Also es ist halt, mit dem Strategie-Part könnte man noch was machen und da habe ich auch irgendwie, also mega viel Spaß hatte ich damit jetzt nicht, aber ich hatte mich schon, es hat mich gut beschäftigt, jetzt. Ja, das ist jetzt nicht so eine schöne Aussage. Ja, aber also, also ich hatte schon so, ich wollte sehen, was die nächsten Gebäudearten sind, die ich freischalte und das habe ich dann schon ganz gerne gespielt, aber diese Sidescrolling-Passagen sind wirklich, auf der Switch zumindest, die absolute Hölle. Ui. Kostet nur 15 Euro? Ja, ja, nee. Das ist sehr, sehr schade. Also zum einen ist es schade, weil es ist quasi so ein bisschen spirituelle, na, Nachfolge nicht, aber eine Hommage an Actraiser und ich fände es schön, wenn die alten Quintech-Spiele so ein bisschen aktuelle Repräsentationen bekommen würden, gute aktuelle Repräsentationen und zum anderen ist es schade, dass Team A's so ein Spiel machen. Ja, ja, weil du ja auch meintest, dass die Persönlichkeit fehlt, also dass es nicht mal aufgewogen wird durch was anderes. Also Abyss-Odyssey hieß es. Das war das eine Spiel, was halt dadurch, dass es ein Roguelike war, wo das ein Missbron ist, es hatte immer noch diese weirden Charaktere und eine weirte Welt und genau einen schönen Grafikstil. Das ist wirklich, also das wirkt wie das erste Spiel, was sie gemacht haben. Also sie haben, das ist quasi umgekehrt. Es müsste eigentlich Xenoclash, müsste das aktuellste Spiel sein, was sie gemacht haben und das ist erstes Spiel und dann würdest du sagen, krasse Entwicklung. Aber auch Deadly Tower of Monsters ist jetzt ja nicht so lange her. Da steckt wirklich deutlich, deutlich, deutlich mehr Kohle drin. Es ist ein Entwickler-Team, was aus Chile kommt, was ja auch sehr einzigartig und cool ist. Ich hoffe, dass sie das nicht, den Rücken bricht, glaube ich aber nicht, weil das scheint ja auch von Sega getragen worden zu sein. Sie hat ja einen Publisher. Genau. Und ich hoffe, dass das nächste Spiel wieder ein bisschen mehr ihre Stärken repräsentiert. Ich würde aber gerne die Geschichte mal wissen, ob das ein Pitch war von Team Ace, den sie an verschiedene Publisher reingetragen haben und dann Sega haben gesagt, ja, aber nur in der Zeit und mit dem Budget oder ob es einen komplett anderen Hintergrund hat. Würde ich auch mal gerne wissen. Nun gut. Zu einem Spiel, was dir besser gefallen hat, Etherborn. Auch auf der Switch gespielt? Habe ich auch auf der Switch gespielt, gibt es aber auch auf allen möglichen Plattformen. Etherborn zusammengeschrieben, kommt, oh, wann kommt denn das raus? Ich will das kurz sagen. Kommt auf jeden Fall vom Entwickler. Habe ich jetzt schon weg. Altert Meter. Altert Meter, vielleicht kannst du mal kurz nachgucken, wann es rauskommt. Ich darf jetzt noch kein finales Fazit geben, aber ich darf schon ausdrücklich über mein Spiel, über das Spiel reden. Man darf es auch schon streamen. 18 Juli in zwei Tagen. Ja, genau. Und Donnerstag kommt es raus. Da ist auch das Fazit-Embargo für PS4, Xbox One, PC und Switch vorbei. Es war ein, es war von FIG supported auf dem Crowdfunding-Plattform von Double Fine. Zumindest war es das früher. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. also FIG, da wurde es gefundet und ich habe das damals gesehen und dachte mir, das sieht inszenatorisch und grafisch super geil aus. Ich gucke mir gerade Screenshots davon an. Das sieht wirklich super toll aus. Und habe es dann wieder komplett vergessen. Dann habe ich einen Review-Code dafür angeboten bekommen und habe dann direkt gesagt, ja, gib, 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 gib. Und habe es dann auch durchgespielt im Urlaub und es hat mir wirklich sensationell gefallen. Es wird als schwerkraftbasierter Puzzle-Platformer hier bezeichnet. Kommt sehr gut hin. Mir fällt es irgendwie schwer, die auszudrücken, wie es aussieht. Also, wie sie spielt zumindest, kann ich sehr leicht erklären. Kennst du die Puzzle-Reihe, die ursprünglich auf Smartphones startet und mittlerweile auch auf Switching oder gibt? The Room. Oder nee, No Room heißt das. Ja, ja, da hast du ja schon mehrfach. Genau, das ist so eine Puzzle-Reihe, wo du einen Rätselkasten hast und du drehst den und drückst da mal und dann passiert da was. Ätherborn ist so ein bisschen das, aber mit einem Charakter, mit dem du über diese Puzzle-Box läufst. Schöne Beschreibung. Und es ist halt komplett, wie der es bereits beschrieben hat, gravitationbasiert. Du läufst mit diesem Charakter rum, du hast keine Third-Person-Perspektive im klassischen Sinne, also du bewegst nicht die Kamera, sondern du hast immer feste Kameraperspektiven, die so flüssig ineinander übergehen und wo du da mit dem rechten Stick so nach links und rechts nicht drehen kannst, sondern so pennen kannst. Das ist das deutsche Wort dafür. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also du kannst einfach nur so ein bisschen nach oben, weiter nach oben, weiter nach unten, weiter nach links, weiter nach rechts gucken, aber du kannst die Kamera jetzt nicht um deinen Charakter drehen, ist das, was ich sagen will. Und diese Kamera ist oft sehr weit draußen, damit du einen guten Überblick bekommst über die, über diese, über diese, über Oberflächen, denn das ist sehr komplex. Du kannst, du startest meistens einfach auf dem klassischen Boden, du schaust auf dem Boden. Der klassische Boden, wie wir ihn kennen. Es gibt ein paar unklassische Böden noch in diesem Spiel, Tom. Deck of the Box quote. Ja, denn mehrere Wände sind so abgerundet. Immer wenn du einen abgerundeten Übergang von einer Oberfläche zu einer anderen Oberfläche siehst, dann weißt du, da kann ich lang und dann ändert sich die Gravitation so, dass ich dann an dieser Wand stehen bleibe. Und eine scharfe Kante heißt, hier geht's nicht lang. Eine scharfe Kante, hier kann's nicht lang, das bleibt so. Das heißt aber auch, wenn du halt irgendwo eine scharfe Kante hast und du stehst jetzt im rechten Winkel an der Wand und unter dir ist der Boden und da ist nur eine scharfe Kante, dann kannst du auch nicht dahin. Also du hast keine Möglichkeit, dahin zu kommen, weil du ja die Gravitation an der Wand gerade hast und dann musst du womöglich erstmal die abgerundete Fläche suchen, um das dann wieder abzuändern. Und das hört sich jetzt erstmal sehr simpel an, aber das wird unglaublich komplex und spaßig. Du erkundest dann nämlich diese wunder, wunder, wunderschönen Umgebungen. Das ist wirklich superschön. Also das merkt man schon auf den Screenshots. Und du hast, was du gerade nicht siehst, also bisher mal den besten Soundtrack dieses Jahres für mich. Unglaublich schöne Klänge. In jedem Level einen eigenen Song, der läuft sehr ruhig, sehr sphärisch, aber dann wird's auch echt episch. Es hat mich an Journey erinnert teilweise, auch weil es dann so Momente hat, wo es dann episch wird, aber nicht in dem Sinne, dass es jetzt wahnsinnig laut wird und blablabla, sondern wie in dem Szenen, in der du in Journey durch die Wolkendecke brichst und dann die Musik so losgeht. Dieses so in etwa so Szenen hast du auch in Ith... Eher was Erhabenes, als weniger Episches. Wo du in Ithaborn auch mir fast schon die Tränen kamen ab und zu, nicht weil jetzt da irgendwas so passiert konkret einfach, sondern weil es so emotional, atmosphärisch einen irgendwie packt. Im Gegensatz zu Journey, es hat dann auch Sprachausgabe und erzählt so zwischendurch so ein bisschen eine Geschichte, was so eine Mischung ist aus Philosophie und einem Erschaffungsmythos der Menschheit, der da erzählt wird. Hat mir jetzt nicht so mega gut gefallen, hat mich jetzt aber auch nicht abgestoßen, nimmt auch nur einen kleinen Teil dieses Spiels ein. Hätte man darauf verzichten können, für mich. Ist aber am Ende sorgt für ein paar richtig coole Bilder, die dir da gezeigt werden. Dauert so drei Stunden, würde ich ungefähr schätzen. Also ist es auch nicht mega lang. Es war so ein Ding, ich hätte gerne doppelt so lange das Ding gespielt, einfach weil so viele Ideen da drin steckten und weil ich so viel Freude daran hatte, diese Umgebungen zu erkunden. Und dieses Spiel hat alle zehn Sekunden einen Aha-Moment, weißt du, wo du denkst, jetzt soll ich da, weil du, ein zentrales Spiellement ist, dass du so Kugeln aufsammelst und die in halt so Schlüssellöcher quasi packst, die auf dem Boden eingezeichnet sind und du siehst dann, dass irgendwo an der Wand außen so eine Kugel schwebt und wie soll ich denn jetzt da hinkommen, holy shit. Und dann findest du erst mal irgendwo einen anderen Schlüssel und was ganz oft passiert in diesem Spiel ist dann, wenn du den Schlüssel auf dieses Schlüsselloch drauf packst, dann kommt von links, oben, rechts, irgendwo ein weiteres Stück vom Level so angefahren und kracht so ins Level rein und dadurch entstehen plötzlich völlig neue Wege. Ich bin komplett hellauf begeistert von diesem Spiel. Ohne euch ein finales Fazit geben zu wollen, guckt es euch das näher an. Es kommt, wie gesagt, übermorgen raus, kauft dieses Spiel, spielt dieses Spiel, hat mich komplett begeistert. Finales Fazit kommt dann am Donnerstag. Demnächst. Die finale Wertung. So. Okay. Sehr schön. Dann sind wir fertig mit den Spielen für diese Woche und haben natürlich noch ein Thema, auf das ihr alle schon wartet oder hierher geskippt habt. Nämlich Robins von Moses Formel 1 Fest. Ich will raus. Ah, ich, ah, nein, ich bezahle dir weiter Geld. Wuhu. Ah, der Sticker ist ja immer noch drauf. das war eine, eine gute Zusammenfassung. Performance Art. Du weißt genau. Dankeschön. Das war Etherborn als Podcast. Formel 1 ist gerade faszinierend auf vielen Ebenen, Tom. Ähm, ich muss, ich, bevor ich zum Rennen komme, gibt's ein bisschen Hintergrunddrama. Und das ist Hintergrunddrama, das ich seit, dafür sind wir hier, einem Jahr eigentlich schon angekündigt hatte, was jeder wusste, was kommen wird, aber was trotzdem einfach, äh, akzeptiert wurde. Ähm, es gibt ja ein US-amerikanisches Formel 1 Team namens Haas. H-A-A-S. Äh, das ist halt der Name von dem Gründer, von dem Billionär, Milliardär, was auch immer. Ähm, Milliardär sehr wahrscheinlich. Äh, Gene Haas, ähm, der dieses Ding gegründet hat, äh, ist halt ein US-amerikanischer Unternehmer. Und die haben einen neuen, äh, Title Sponsor gesucht, also einen Hauptsponsor, der so die, äh, Hauptkosten dieses Rennstalls trägt. Ähm, das sind normalerweise so große Firmen, die jeder kennt, äh, und die haben dann gesagt, wir haben jetzt als Title Sponsor Rich Energy. Was ist denn, hä, was ist denn Rich Energy? Rich Energy ist ein US-amerikanisches Unternehmen, äh, was Red Bull sein will. Und was auch sagt, wir sind besser als Red Bull und größer als Red Bull, nur gibt's das nirgendwo zu kaufen. Nirgend, na, keiner kennt Red Bull, äh, keiner, Entschuldigung, keiner kennt Rich als, äh, Rich Energy. Keiner weiß, was das soll. Und von allem, was Leute in der Recherche gehen, gibt's diese, gibt's diese Extrengung eigentlich so gut wie nicht im freien Handel. Also das findet man auch irgendwie kaum. Äh, die Vermutungen gehen da in alle Richtungen, was das ist, dass das ein, dass das einfach nur irgendwie ein Geldwäsche-Firma ist für irgendwelche mafiösen Hintergründe, hast du ja nicht gesehen. Dieser, der Gründer von Rich Energy, heißt ja auch Rich mit Nachnamen, logischerweise, ist auch so ein sehr, so eine, so eine Trump-eske Figur. Äh, extrem provokant immer. Äh, rastet auf Twitter komplett aus, wenn du den falsch anguckst. Äh, sehr unsympathischer Typ. Ähm, und da hat Hase gesagt, das machen wir. Da, ihr seid unser Titelsponsor, Rich Energy. Äh, und dann kam vor, ich glaub, irgendwie zwei Monaten oder so raus, äh, hat eine andere Firma geklagt, gesagt, ey, euer Logo ist einfach unser Logo. Von Rich Energy, oder? Ja, ihr habt ja unser Logo geklaut. Hat sie gesagt, nein, nein. Hat ein Gericht gesagt, ja, doch. Und dann wurde er denen verboten, ihr zentrales Logo zu benutzen. Und hat Haas so ein bisschen verschämt, das Logo von ihren Rich Energy Schriftzügen abgekratzt, was schon extrem lustig ist. Ähm, also ihr Auto funktioniert mit den Reifen einfach nicht. Und sie werden dann komplett durchgereicht. Und dann hat, ähm, also du guckst auf den Rich Energy Twitter Account, und der ist halt voll mit den üblichen, ja, hier Haas, und das ist halt so das zentrale Ding, dass sie der Haas-Sponsor sind. Ähm, und vor zwei Tagen, ja, jetzt Silverstone, Magnussen, geil, geil, geil. Zwei Tage später gibt's dann einen Post, wo, äh, der, ähm, Gründer selbst, äh, ein, das geschrieben hat, wir, wir kündigen hiermit unseren Vertrag, äh, weil wir dafür bezahlt haben, dass wir vorne mitfahren, die Performance von Haas ist für uns inakzeptabel. So, jetzt sind wir nicht mehr dabei. Mhm. Da hat er so, was? Entschuldigung, du kannst ja nicht einfach auf Twitter sagen, die sind scheiße, wir machen das nicht mehr. Ja, noch hat er dann noch weitergemacht, er hat dann noch später noch gepostet so, ja, wir sind besser als Red Bull, und für uns ist es inakzeptabel, dass wir wie so ein Milch, Milchwagen irgendwie am Ende der Saison rundfahren, Haas hat da einfach verkackert, so, also, so richtig Trump-esk, wirklich, ne, ähm, und Haas hat so gesagt, ja, nee, wir haben einen Vertrag mit dir, die können nicht einfach sagen, wir machen das nicht mehr, so funktioniert das nicht, können, können es ja nicht machen. Äh, und dann sind sie auch weiterhin mit dem Logo rumgefahren, mit Rich Energy. Ja, ja. Also nicht mit dem klassischen Logo, weil das war ja, verboten, verboten, aber mit dem Schriftzug, sind sie weiter rumgefahren. Das ist auch ein ganzes, also die, das Auto sah auch vor die Saison komplett anders aus, die kompletten Farben sind auch Rich Energy mäßig. Ähm, und dann, äh, hat, so der weirdeste Streit-Edge dann, wo quasi Haas sagt, ja doch, die sind weiter unsere Sponsor, klar. Und auf Twitter, der Gründer sagt die ganze Zeit, nein, sind wir nicht mehr, ich will das nicht mehr sein. Und dann gibt's aber Investoren bei Rich Energy, die quasi sagen, sag mal, bist du besoffen, was machst denn du? Die versuchen, ihn aus dem, aus der Firma rauszudrängen, alles öffentlich, wo dann, wo dann der Gründer wiederum öffentlich auf Twitter interne Dokumente postet, die er mit den, wo es dann so, er inszeniert sich dann so wie Erdogan, der geputscht werden soll von abtrünnigen Investoren, weißt du? Während Haas versucht, die Investoren zu unterstützen, weil die natürlich auch, das ist das Absurdeste, völlig absurd. Mein Lieblingsding an dem, an der Geschichte ist, dass dann, äh, der, der, der Gründer, der CEO, schließlich irgendwie auf Twitter gepostet hat, hier, Haas sagt, wir haben gar nicht gekündigt, das können wir gar nicht, hier ist das Dokument, dass wir weiß, dass sie die Kündigung akzeptiert haben, äh, wir wollen nichts mehr mit denen zu tun haben, äh, viel Glück, aber die sind scheiße. Und dieses Dokument, was er dann verlinkt, ist nicht das, was er sagt, was er ist, sondern dieses Dokument, was er verlinkt, ist ein Dokument vom Anwalt von Haas, wo er, wo drin steht, Digga, du kannst uns nicht einfach kündigen, so, du schuldest uns noch 35 Millionen Dollar für die, bis 2022 und darauf bestehen wir und wenn nicht klagen, war das ein. Und er hat dann gelesen, wir haben die Kündigung akzeptiert, ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, das ist wirklich so ein richtiger Trump-Typ, ähm, und es ist super geil, dass genau das passiert, weil, das hat jeder vorausgesehen, jeder meinte die ganze Zeit, Rich gibt's, was macht ihr, die Firma gibt's nicht, das ist offensichtlich ein Betrügerbande oder der CEO ist offensichtlich ein Betrüger, was macht ihr denn da? Und dass das jetzt genau so äh, 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 ist faszinierend und es ist halt auch faszinierend aus der Ebene, dass in diesem Dokument, was der Typ da veröffentlicht hat, halt die exakten Sponsoring-Beträge drinstehen, so 15 Millionen für 2020 und 14 Millionen für dieses Jahr, was man halt auch nicht so oft sieht, ähm, ähm, ja, ongoing, mal gucken, äh, ob der Putschversuch noch klappt oder ob sie, ob die dann als weißes Auto demnächst durch die Gegend fahren, ob sie einfach weiter gesponsert werden, ohne dass der Sponsor das will, das ist, es ist herrlich, es ist super, super gut. Und wie war das Rennen? Das Rennen war auch super cool, äh, äh, natürlich, zumindest wenn du kein Fan der Fahrer bist, von dem ich Fan bin. Also, sportlich war das Rennen sehr, sehr toll. Äh, Silverstone ist halt eine super, äh, super Rennstrecke mit sehr vielen schnellen Kurven, wo die Downforce, weißt du, Formel-1-Autos sind ja gar nicht mehr so schnell. Die fahren ja auf der Geraden fahren die so über 300 knapp, 310, 320, was jetzt für Extrem-Sport-Autos gar nicht mal so extrem ist, ne? Die waren auch mal deutlich schneller, also die sind auch mal in die 400er-Region gekommen, das ist deutlich zurückgefahren worden, was halt das Unglaubliche bei Formel-1-Autos ist, dass sie ja mit 250 auch durch Kurven durchfahren können, wo alle anderen Autos auf 100 abbremsen müssen, weil sie so viel Downforce haben, ich hab's schon mal erzählt, wenn du an dem Tunnel bist und sie den Tunnel an die Decke fahren würden mit Vollspeed, würden sie an der Decke bleiben, weil die Downforce des Autos stärker als die Gravitation ist. Ähm, das ist physikalisch, ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren kann, aber es funktioniert, ähm, physikalisch, zumindest mathematisch, hat's, glaube ich, noch niemand versucht, wär aber mal cool. Ja, Was wär denn das mal für eine Mario-Kart-Rennstrecke mit so Tunnel? Also, wenn es jemand machen würde, dann würde es Haas mit Rich Energy machen. Ich, mal gucken, vielleicht. Einmal. Ja. Ja. Naja, theoretisch würde es ja funktionieren. Naja. Äh, jedenfalls ist Silverstone dann so gut geeigneter Strecke für, weil sie sehr viele so Kurven hat, die so langgezogen sind, wo sie dann mit vollem Speed durchbrettern, wo du dann aber manchmal auch ein bisschen vom Gas gehen musst, wo du dann cool überholen kannst. Äh, war sehr spektakulär. Es war aber auch ein Mikrokosmos der ganzen Saison. Du hattest, ähm, Hamilton, der gewinnt, weil er immer gewinnt. Wenn er nicht durch sein Talent gewinnt, was, er hat extrem viel Talent, ist womöglich der beste Fahrer aller Zeiten. Ich glaube nicht der aller Zeiten, aber, ähm, auf jeden Fall ist er mit oben dabei. Der wird auch alle Rekorde brechen, der wird auch die Schumann-Rekorde brechen, das steht für mich mittlerweile außer Frage. Ähm, der gewinnt in diesem Fall durch pures Glück. Einfach, Bottas hatte die Pole Position, Bottas hat in den ersten zehn Runden, das war grandios, wie Bottas und Hamilton gekämpft haben, einmal hat Hamilton kurz, Bottas überholt und direkt in der Nachfolienkurve hat Bottas ihn sich wieder geschnappt. Es war wirklich ein toller, toller Kampf, den Bottas, äh, wo sich Bottas super verteidigt hat und dann ist Bottas als Erster an die Box, weil das ist halt besser für dich, weil du dann früher mit den besseren Reifen wieder fahren kannst. Es sei denn, dann gibt's ein Safety Car, weil wenn ein Safety Car draußen ist, müssen ja alle langsamer fahren. Äh, das heißt, wenn du dann in die Box fährst, wenn die alle gerade langsamer fahren, verlierst du ja deutlich weniger Zeit. Ne? Du musst das quasi sofort machen, weil wenn du das machst, also wenn du überlegst, dieses Safety Car ist ja so, das Safety Car kommt raus, alle fahren sofort langsamer und schließlich holen die dann das Safety Car ein, wo die dann direkt hintereinander auch sind. Mhm. Bevor die das Safety Car einholen, haben die immer noch die gleichen Abstände und sind nur langsamer. Das heißt, du musst dann quasi sofort an die Box, sodass die Abstände noch genauso groß sind, die aber alle langsamer fahren, sodass du dann wenig Zeit verlierst. Weil wenn du es zu spät machst, sind die ja alle direkt hintereinander. Die fahren zwar langsamer, aber du wirst trotzdem durchgereicht, weil einfach das Feld viel näher beieinander ist. Und was dann halt wahr ist, Bottas war schon an der Box, hat halt die normale Zeit verloren, dann kam Safety Car, dann konnte Hamilton an die Box, Bottas musste langsam fahren, weil Safety Car da war, Hamilton war Erster. Super frustrierend und dann hat er natürlich auch das Rennen gewonnen durch pures Glück. Dann war es auch unterdessen so, dass Leclerc auf dem dritten Platz war, der Vettel-Team-Kollege bei Ferrari, war irgendwie nur siebenhundertstel, war er hinter der Pole Position, das war megaknapp, wäre er fast Erster geworden, währenddessen Vettel irgendwie sechstehntel, also über eine halbe Sekunde dahinter auf dem sechsten oder siebten Platz oder so, hat wieder richtig verkackt. Aber, weil er halt Vettel ist, hat er trotzdem Nummer-eins-Status, das heißt, Leclerc fährt halt großartig ganze Zeit und Qualifikation, super, ist dritter Platz. Als die Safety Car-Phase startete, darf Vettel jetzt erst an die Box. Leclerc hätte auch direkt danach an die Box gekonnt, durfte er aber aus irgendeinem Grund wieder nicht. Es wirkt immer so, als ob Ferrari, so ihr gesamtes Team, denkt mal alle wegen Vettel nach, okay, haben wir gemacht, jetzt klopfen wir uns drei Runden auf die Schulter und dann überlegen wir, was wir mit Lecler machen. Das haben sie schon drei- oder viermal gemacht und dadurch komplett das Rennen topeliert, auch jetzt wieder. Dann haben sie drei, vier Runden später Leclerc reingeholt, wodurch dann Vettel dritter wurde und Leclerc sechster. Einfach getauscht. Super frustrierend. Wo auch Leclerc, why the fuck am I so far behind now? So voll ich verwirrt gefragt hat, weil er auch von den Red Bulls dann überholt wurde. Also Vettel dann einfach durch die Boxen so auf dritter, Verstappen, der Red Bull-Fahrer vierter. Die ersten beiden Plätze waren so ziemlich entschieden, dann hat er mal Verstappen, weil er einfach großartig fährt diese Saison, immer weiter auf Vettel aufgeholt, Vettel überholt. Geil hat er Vettel überholt. Vettel hat gedacht, ne, überhole ich zurück. Ist ihm aber dann doch nur reingefahren. Vettel ist wirklich unglaublich. Das ist ein viermaliger Weltmeister, wo außer Frage stand, dass der auch mit Ferrari Weltmeister werden würde und der fährt seit einem knappen Jahr wie der letzte Hänger. Das ist unglaublich, wie amateurhaft der fährt. Ja, er wird dann halt letzter Zehn-Sekunden-Strafe Verstappen, das war richtig krass. Also der letzte Mal hat er wirklich reingeknallt in Verstappen und Verstappen dreht sich auch und dann war da der Bordstein und Verstappen war wirklich kurz mit allen vier Rädern in der Luft und knallte dann wieder auf den Boden, aber hat nur eine, zwei Positionen verloren. Der wurde dann fünfter am Ende statt zweiter. Also ging auch nichts groß. Kaputt war es? Doch, schon. Der Unterboden war kaputt. Aber nicht so sehr. Aber der konnte immer noch fahren. Ja, ja. Und anhand des Unfalls, wie es aussah, also du musst ja Formel 1 alles nur anpusten und die brechen auseinander. Dass der ins Ziel kommen immer noch als Fünfter war ein absolutes Wunder. Aber dadurch wurde Leclerc wieder Dritter. Was dann sehr befriedigend war, was halt einfach Karma war. Und hinten gab es viele Kämpfe. Ja, ich bin halt Bottas-Fan. Das ist für mich sehr frustrierend gewesen. Immerhin dann dadurch, dass Leclerc noch Dritter wurde. Ich war richtig angepisst zwischendurch. Als Borders Zweiter wird und dann im gleichen Zug auch Leclerc auf dem sechsten Platz durchgebracht hat, war ich richtig so, fuck this. Das ist so frustrierend. Immerhin Leclerc hat dann mich noch ein bisschen motiviert. War ein cooles Rennen. Jetzt nächste Mal in Deutschland. Hockenheim ist angesagt. Dann wieder in zwei Wochen? Weiß ich gar nicht. Okay. Aber demnächst. Dann war das diese Folge von Robins famosen Formel 1 Fest. Das war ohne den Sticker, da gehört. Wo wir gerade dabei sind, kann man ja mal bei Time to 3 hinweisen. Da gibt es jetzt nämlich die Aufzeichnung von deinem F1 2019 Stream, weil du hast mal so einen Test-Stream gemacht vor einer oder zwei Wochen und hast dort von zu Hause aus gestreamt, weil du das ja generell in Zukunft vielleicht auch mal öfter machen willst. Und nach ein bisschen Rum einstellen hat es dann auch irgendwann geklappt und diesen hat geklappt Part, den gibst du jetzt auch auf Time to 3. Die nächste Klappart gibt es exklusiv für Patreon. Das ist gelogen. Ja, aber könnt ihr euch noch auf Twitch haben. Ja, auf Twitch gibt es auch. Obwohl, nee, ich habe ganz viel davon entfernt. Das ist mein Content. Das waren ja 15 verschiedene Streams. Ja, und das ist mein Qualitätscontent. Sind wir jetzt bei Giga Games hier oder was? 15, 30 Sekunden Streams. Jedenfalls könnt ihr euch da F1 2019 mit Robin anschauen. Hat sehr viel Freude behauptet. Da waren richtig coole Rennen dabei. Es sah auch so aus, als ob es dir Spaß gemacht hat. Und da gab es auch eine Szene, wo, was denn? Sah auch so aus, als ob es dir Spaß gemacht hat. Ist so ein schöner Diss im Vergleich zu, ja, das hat auch Spaß gemacht zu gucken. Ach so, so meinte ich das nicht. Ich wollte jetzt gerade auf etwas hinaus, wo du gerade noch meintest, F1-Autos sind ein bisschen, sind halt so, man muss sie einmal anpusten. Ach so, ja. Weil dir ja auch so eine Situation passiert ist, wo du eine Partei gekauft hast. BAM! Ja. Es läuft so zehn Runden super gut. was volles will. Dann machst du halt einen kleinen Fehler und dann explodiert einfach dein Auto. Und du hast halt Multiplayer gefahren und da konntest du nicht zurückspulen. Ja. Es ist auch mehr als einmal passiert. Sehr schön. Aber das macht dann auch irgendwie Spaß. Genau. Und wie gesagt, Blazing Chrome gibt es dann, ich glaube, es kommt auch heute raus mit Dani und mir. Und Dani und ich, wir haben auch bei Time to 3 mal eine Runde Super Mario Brothers 2 gespielt, was ein bisschen random scheint, aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war nur so eine halbe Therapiestunde, die Dani und ich da gemacht haben. Interessant. Könnt ihr euch dann auf Time to 3 angucken. Muss ich da auch mal reinhören. Erfahre ich da Dinge. Und generell läuft halt immer noch Resident Evil 6. Bitte guckt das an. Sehr lustig. Ich flehe euch an. Es ist so toll. Es ist so einzigartig. Es ist so weird. Ich hoffe, wir kommen dazu, das mal weiter zu spielen. Es ist so eine Materialschlacht, dieses Spiel. Ja, weil es gibt wirklich eine spezielle Sektion, wo ich nicht drauf warten kann, dass ihr sie seht. Und wir haben noch ein paar so Fortsetzungen alter Reihen oder Start neuer Reihen, die demnächst erscheinen auf Time to 3. Also haltet da mal die Augen offen. Da kommen ein paar coole Sachen. Ansonsten sei noch mal patreon.com. Gibt es noch alte Reihen, die noch offen sind bei Time to 3? Nein, ich weiß ja eigentlich nicht so viel. Fällt mir jetzt auch nichts ein. patreon.com. Und steadyhq.de seien euch empfohlen. Ab 5 Dollar beziehungsweise Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel das eingangs erwähnte Warcraft-View, zumindest der zweite Teil, die Rückrunde dieser Warcraft-Matches. Könnt ihr euch da anschauen oder auch zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast und andere Inhalte, wie zum Beispiel mein Late to the Party. Das Voting ist jetzt vorbei, nächste Late to the Party steht fest. Wird aber noch ein bisschen dauern, habe ich noch nicht angefangen, weil ich gerade an anderen Spielen sitze. Das nur dazu. Ab 10 Euro beziehungsweise Dollar werdet ihr zum Feedbacker, wo ihr zum Beispiel bei genannten Votings teilnehmen könnt, wie eben das, was gerade erst zu Late to the Party stattfand. Ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn Michael Noritz-Wolf Jan Lippert Christopher Dietrich Geribor Grüßtalle Julian Drewes Don Stylo Michael Grünkohlwiesel Lignum Tommy88088 Apu42 Ein vielleicht noch Formel Hooked-Fan Sag mal, was muss denn noch alles passieren? Es dauert scheinbar ein bisschen. Gustian Rocketrüpel Numimon digitiert zu Sebastian Diehl Die Epic Snowwolf Markus Ottensmann Hauke Braav McLovin008 Robbal Lisa Willig Ich bin's gewohnt Zombay und Wintercracker und Autaku Lennart Struck Oliver Zirfers Christian Hühndorf Julia Marinitsch und Simon Dupitschei Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Küsschen an euch, ich habe Hunger und hol mir jetzt einen Falafel-Döner. Tu das. Bei Amazon Prime, weil es günstig ist. Der kommt dann auch sofort und musste nicht so lange anstehen. In Berlin ist das nicht ausgeschlossen, ehrlich gesagt, dass irgendein armer Zeitarbeiter, der auch gleichzeitig der Dönerladen Besitzer ist, der so einen Döner machte. Ja, unterwegs. Oh Gott. Nun gut, das soll es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.